Ich bin mir leid auf dem Video. hier sind wir heute hier und hier die beiden hallo schon so viele ihr stalkt ihr nicht stalkt ihr Frau ihr wartet im Gebüsch hallo Danu hallo Mariko hallo Angel hallo JJ hallo CJ hallo Anne hallo Itako hallo Reggie Rock hallo Dave hallo Leute direkt Zettel muss ich mir nach vorne beugen wie ein Tier Mariko du bist ein Bronzong JJ ein sogenanntes Mickrick ist es so hell bei dir Entschuldigung dass ich ein bisschen Sonne haben möchte gut ab mit mir in die Höhle zufrieden hallo Anubis ich merke mir nie an welchen Tagen du streamst ich dachte nur auf die Notification am Handy tbf to be frank tbf to be furious wird hier ist bewölkt hier ist auch bewölkt aber es ist trotzdem Sonne trotzdem Sonnencreme tragen hallo Retro hallo Face Discord sagt mir halt jedes Mal wenn der gute Leo ein Video hochlädt obwohl ich ich warte darauf ich ich drück drauf und dann warte ich auf Discord bis es kommt und lösche ich sofort ich lösche es sofort trotzdem kriegst du die Nachricht dann ist doch nervig ey aber ich will es vielleicht muss ich es auf händisch umstellen dass ich das immer händisch mach hallo Marco hallo Tob hallo Sinny also Cynthia hallo Mauslo hallo Hikaru ich dachte du bist auch so ein Killerkind wie wir wie ich ähm ja ich hab tatsächlich in Teenager Jahren hab ich im Keller gelebt ich dachte mir es sah sogar gar nicht so schlecht aus so hell hallo Filzmatte bei mir wird man wortwörtlich geblendet hallo Little Sheep wir werden heute in schwarz-weiß Kyurem fangen auf dem Weg zu Kyurem werde ich ein Ditto fangen was 10% im raschelnden Gras auftaucht yay ähm damit wir mit Ditto Starter breiten können wenn wir überhaupt Starter machen weiß ich nicht aber auf jeden Fall müssen wir Galapafloss breiten vielleicht ein Ignivor wenn es ausschlüpft was hat das gerade für eine Nachricht was achso Schutz wahrscheinlich hallo Jobo ich habe immer noch das Ignivor Ei es ist noch nicht geschlüpft obwohl ich gestern ich habe gestern Route 17 und 18 alle NPCs besiegt um ein bisschen aufzuleveln aber es war nicht viel Level denn Ramoth machen wir danach Ramoth ist Level 70 Kyurem ist auch Level 70 also das könnte interessant werden wie lange ich bei denen durchhalte Pokébälle zu werfen wenn die einfach 20 Level höher sind als mein komplettes Team oder 15 Level bei mir Samstag bis Dienstag 30 Grad ja raus Badehose ab in den See dieser Stream ist sponsert bei Coca-Cola natürlich nicht Hallo Verox wie weit bist du bei Manafi ich bin gerade bei 80 Eiern machen wir gleichzeitig ich habe gestern Nacht noch 20 gemacht in 2 Stunden und 40 Minuten 20 Eier in über zweieinhalb Stunden was also ich bin weiter als du haha es ist der 10. April und ich habe 100 Eier ausgebrütet da war Chat schuld ein bisschen war letzte Nacht Chat schuld dass ich nicht so weit gekommen bin ihr habt mich die ganze Zeit rausgebracht so weil ich das verstehe ist Kyurem in der Riesengrotte hier das heißt wir können jetzt endlich in den Endgame Bereich nach Tessera ist das nicht Bu auf Japanisch und und können bei Kyurem auch ein Ditto fangen aber wahrscheinlich müssen wir erstmal einige Trainer besiegen auf dem Weg dahin die ein bisschen stark sein könnten ich würde Zapplerang leveln weil Zapplerang wird Donnerwelle machen ich glaube nicht dass ich guck mal da benutzen werde ich will guck mal da auf Level 40 behalten deswegen werde ich Zapplerang benutzen der wird einfach Schaden machen und Donnerwelle machen und es muss reichen für Kyurem und deswegen würde ich den am ehesten leveln hallo Ununaut freut mich für dich frage nicht dieses des Wettbewerbs wegen sondern für mich zur Motivation weiterzumachen aber findest du es auch schwer ich find's wirklich schwer bei Manafi motiviert zu sein weil es ist so multitasking es ist so krass vor allem diese 5 Pokémon jedes mal zu fangen das ist das schlimmste finde ich jedes mal 5 Pokémon fangen dann bleibt es nicht drin obwohl es ein mickriges level 2 wie dieser ist und es bleibt nicht drin ja es ist es ist hart ne deswegen ich hab heute erst jemanden auf Twitter gesehen der Manafi gekriegt hat heute oder gestern 5000 war er bei ich glaub 5000 war es ich glaub es war 5000 Eier oder 2500 und das krasse ist wenn man sich überlegt es kann auch 20.000 dauern also Manafi ist bisher das schlimmste was ich gemacht hab aber dafür 5000 ist ja noch nicht mal eigentlich schmerzhaft ne es ist weit unter odds 65 haben die hier oh Gott naja ähm dafür wenn das Manafi kommt wird es die absolute Party ey wie zum Teufel soll ich hier durch wenn jeder Trainer bei 65 anfängt wow Raroth du bist ein Geosali are you high who's high happens findest du Regirock braucht einen Drachentypen are you high das ist ein guter Punkt ja das ist ein guter Punkt Regirock are you high ich meine es ist in Deutschland jetzt quasi legal vielleicht hast du ein bisschen was von dem Regigras geraucht oder von dem Veggie 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 Rock Veggie wie nennen wir es Veggie Mag bisschen Veggie Mag du wolltest Level Farmen beschwere dich nicht aber die sind so stark das ist kein Farmen wenn man die ganze Zeit drauf geht ich meine das Mon ja du hast gerade geschrieben findest du Regirock braucht einen Drachentypen es gibt einen Regirock mit Drachentypen es gibt ein Reggie mit Drachentypen das da heißt Reggie Drago deswegen machen wir uns über dich lustig dass du ein bisschen neben der Spur bist wenn du fragst ob es ein Reggie mit Drachentypen gibt denn das gibt es seit 5 Jahren oder so nett ich was let's go wie schon immer ok perfekt perfekt gekommen wollte auch gerade anfangen für heute zu handen nice Typ 0 wie viel Typ 0 hast du schon bist du bei Typ 2000 stellt euch vor es gäbe irgendwann ein Pokémon dessen Zahl also sowas wie Typ 0 aber wenn du das zweite in der Wildnis findest ist es Typ 1 wenn du das zweite in der Wildnis findest oder das dritte es ist Typ 3 ein Pokémon das den Namen ändert je nachdem wie oft man es findet es schaut ich verreck ich hab keinen Bock dass die hier sind so stark also ich glaube ich level wenn dann Rabigator das ist einfach mein starker Kämpfer und Zapplerang für Pokémon fangen ich brauch's aber nur noch für Kyrim und Ramoth oh man aber es war klar dass die hier so stark sind aber 65 direkt die sind hier alle stärker als die Top 4 was machen die hier 1100 versuche jeden Tag 200 bis 400 zu schaffen und du hast schön hier beim ersten mal ein volles Team gehabt und dann am weiter am Ende zum blablabla das du was hat dieses Galappa Dor Galoppa gerade gemacht fliegen wo ist es wo ist Galoppa was hat es getan oh das kann springen ja ok Galoppa darf springen die machen mich fertig die machen mich fertig du musst alle Boxen sogar voll haben ja das ist das ist frech aber lohnt sich das wirklich ich mein ja es lohnt sich nicht wenn das dritte oder so shiny ist ist ja richtig es ist ja richtig einfach hier die Gegner oh mein Gott zeitlich auf jeden Fall was ist das hier für eine Route vielleicht werde ich ja vielleicht versuche ich mich einfach an allen vorbeizuschleichen lange dauert der Aufwand für ein Manafi Ei um zu sehen ob es shiny ist ich brauche zurzeit über eine halbe Stunde wenn du richtig gut bist und perfekt es Glück hast dann soll es in 20 Minuten machbar sein aber ich glaube da inzwischen nicht mehr dran dass 20 Minuten machbar sind ich glaube im Schnitt sind es eher 30 wenn du gut bist 25 Minuten um 4 Eier anzuschauen beziehungsweise je nachdem wie viele Eier du hast ist ja geil mantags einfach 0 ausringen ausringen gut ausringen bring es aus verdammt warum ist das so schlecht das ist dein sechstes lieblings Pokémon ähm 1 2 3 Galatino und Rathutox ähm Glutexo Pantymos Rosana und dann kommt als sechstes würde ich sagen definitiv ähm Robball ja ich hasse diesen Trainer jetzt macht ein Mantag Sprung Feder ein Mantag okay Mantag springt so aus dem Wasser raus aber wir sind nicht im Wasser Mantags wie springst du warum darf ich keine oh mein Gott ich bin verwirrt die machen mich hier fertig die sind so viel schlimmer Schnutthelm ist ein cooles Pokémon hallo Cyclob jetzt erstmal auf YouTube vorbeischauen weil Twitch gerade Probleme macht bei mir Mr. Savage zum Glück haben wir ein Backup ne also 8 pro Stunde circa ich drücke dir die Daumen dass du es bekommst und auch auf Form kriegen kannst selbst wenn Bank bis dahin zumacht kriege ich das irgendwie auf Home dieser Trainer macht mich komplett fertig ich glaube ich werde einfach versuchen zu Q-Ram zu kommen und werde alle irgendwie umgehen aber ja so 8 ich habe gestern 20 gemacht und wir haben zweieinhalb Stunden gestreamt ich habe 20 Mana4 angeschaut JGamer du bist ein Furienblitz auch meine Arme sind so schwach ich habe so viel Sport heute gemacht ich bin um 12.30 aufgestanden ich weiß ich weiß so früh so früh dann bin ich direkt zum Sport und habe 15 Minuten war ich sogar auf dem Stepper dann habe ich jede einzelne Übung gemacht extra lang diesmal dann habe ich auf die Uhr geguckt dann war es schon Viertel Nacht zwei dann dachte ich mir es ist mir schon Sport wichtiger als ihr nein keine Angst ich habe es gehasst ich hasse jede Sekunde du hast noch was Noctuska easy Q-Ram ist Level 75 kriegst du das denn hin das werden wir sehen das werden wir sehen außerdem ist das 70 ich glaube Q-Ram und Ramos sind beide Level 70 75 stehe jetzt mit Level 43 vor der Siegestraße wo geht das Training dafür am besten ich habe auf der Route davor also ich glaube es Route 10 da ist so ein zweispuriger Gras Streifen da habe ich die ganze Zeit hin und her und dann wartest du bis ein Gras da drin raschelt weil es so ein dünner Gras Streifen ist kommst du immer zu dem Rascheln hin ohne ein wildes Pokémon zu finden zu 95% ey ich hab's besiegt und einfach so lang hin und her gehen bis ein Gras raschelt reingehen und dann ist es meistens ein Ohrdoch was dir am meisten XP gibt und dann nimmst du noch ein Glücksei für das Pokémon das kämpft und dann kriegst du pro im besten Fall kriegst du pro Pokémon pro Ohrdoch 3000 XP meistens aber 2800 2700 und dann ich hab bis Level 50 trainiert und mit Level 50 52 sowas hab ich die Top 4 geschafft kannst auch den Stream von gestern anschauen da siehst du ganz am Anfang vom Stream wo ich meine hallo seist wie seist seist wie Pontinus hallo wieder da um Freunde zu machen oder Feinde zu finden pass auf jetzt kommt nach Tara heute ist okay du bist eins der hässlichsten ever du bist ich weiß nicht mal deinen Namen du bist die erste Entwicklung vom Starter aus Gen 6 ja Ignas Tarnisch genau achso jetzt glaube ich sowieso grad hin hier äh ich will hier gar nicht hin aber hier hab ich hier levelt man also vor der Top 4 nach der Top 4 gibt es bestimmt bessere Orte hier einfach die ganze hin und her rennen bisschen Gras raschelt und dann dein das Gras gehen es kann manchmal echt sackenlange dauern aber es ist glaube ich am besten am schnellsten wenn du einfach wartest bisschen Gras raschelt weil nur doch doch lohnt sich alles andere lohnt sich nicht alles andere gibt dir nur so 500 ep anstatt 3000 hallo Chuck Morris hast du Wort wieder angemacht oh nein aber ihr sollt doch nicht die Worts auf Twitch anschauen ihr sollt die Watch auf YouTube anschauen vielleicht lassen wir die Worts auf Twitch einfach aus hast du die Fähigkeit das anzumachen kann ich das während dem Stream anmachen ich guck mal ähm ja ich kann es anmachen ich habe es angemacht es fängt wahrscheinlich jetzt erst an aufzuzeichnen falls was nachgeclipt werden muss ja ich habe mir halt auch gedacht eigentlich ist es sinnlos den Wort auszuschalten wegen Copyright weil wenn man Pech hat wird halt dann ein Clip gemacht und dann hast du sowieso Copyright Probleme also wenn ich Wort ausmache muss ich eigentlich auch Clip ausmachen aber krass man kann den gar nicht aus dem weg gehen was da drin Marco du bist ein Monozyto die will jetzt kämpfen oder die will jetzt kämpfen hier ich mache jetzt den schwersten kämpfen ever okay hier gibt es gar nichts ich wette da drin ist was mir egal ich watch wo ich möchte kommen wir an der vorbei you fool wo bin ich bei Entei bei Entei bin ich genau bei der Hälfte der Odds und jetzt habe ich erstmal Pause gemacht bei diesem Monat ist Manafi das wichtigste weil es ist der Eckmonth weißt du Ostern und so da müssen wir Manafi finden was nicht passieren wird mein Ziel ist 300 Eier auszubrüten am liebsten 400 aber ich glaube mehr als 300 schaffe ich nicht ist es hier eine Stadt ah schon eine Stadt okay wie kommen wir in die Ruine beziehungsweise da war noch was wie kommen wir da hin hallo Scoutly fragen mich wie ich das als Kind geschafft habe weiß durchzuspielen ohne große Training Session zu machen ich glaube also ich weiß nicht wie es hier in Gen 5 wäre wie komme ich da runter Kaskade ich weiß nicht wie es ja wahrscheinlich hier ich weiß nicht wie es in Gen 5 ist aber so gut wie jedes Pokémon Spiel kannst du spielen indem du einfach den Starter nimmst und ohne Ende halt immer nur den Starter nimmst dann hast du am Ende Level 80 Level 70 Starter mit dem läufst du einfach durch ich habe noch kein Kaskade gelernt soll ich irgendjemandem Kaskade beibringen ist das jetzt nicht die beste Attacke und ich glaube jetzt geht man halt die Sache ein bisschen verkopfter an also man möchte halt Strategien anwenden und sowas und dann macht man sich halt so ein Team was alles abdeckt Swarones kann noch nicht mal Kaskade okay tschüss brauche ich Kaskade um zur Grotte zu kommen kann es sein dass da unten die Grotte ist ja da unten ist keine Grotte oder da ist nur ein Item ich schätze mir ich muss irgendwie von der Stadt nach Norden ähm und ich glaube halt wenn du also als Kind habe ich schon immer einfach nur den Starter genommen und bin durchgerannt nicht durchgerannt aber ich habe halt immer nur den Starter genommen und dann wird der halt so krass stark aber ich weiß nicht ob das hier auch machbar ist weil Sepi Royale hat mir jetzt echt am wenigsten was gebracht in dem Run hier Dorfbrücke oder oben ist bestimmt so viele Brücken in dem Spiel da oben ist bestimmt die Riesengrotte oder Hallo Nico 800 schaffst du glaubt glaubt zeig mal wo ist diese Grotte bin ich jetzt schon weiter ah ne die ist hier ok ich muss noch eine Stadt weiter ein Eggman ein Eggman Cosplay für den Eggman mir war es als Kind auch so dass ich viel mehr erkundet habe und überall Verstecke für besondere Sachen gesucht habe und dadurch automatisch mehr gelevelt habe ich meine ich habe hier auch extrem gelevelt weil ich habe jeden NPC besiegt jetzt versuche ich den NPCs aus dem Weg zu gehen weil sie bringen mir gerade nichts mehr wobei ich bräuchte Level ich probiere Kyurem erst mal so zu schaffen ohne zu leveln ja ich kann nur Manafi die ganze Zeit machen und verrückt werden dann schaffe ich vielleicht 800 das stimmt hä und dann auf einmal so ein Makuhita auf Level 63 erkläre dich was war das überhaupt das war irgendein Gärtner oder sowas Mist Mist Stopp was haben wir hier Meguminar du bist ein Sumpex es ist schließlich Egg Month und nicht Origin Month warum warum hat Knirscher so wenig Schaden gemacht hat der ein Fokus Gurt oder wie das heißt au Papa ich habe ich habe falsch gedacht hatte der Ausdauer ok ja Knirsch genau warum ist das so viel mich zuerst ich bin noch so ein schnelles Zapplerang du sagst ich versuche Kierum ohne Training ich versuch's aber was kann ich dafür wenn der Trainer in mich reinrennt ich habe das Durchschnittsalter aller Schüler berechnet gegen die man kämpft in Popo und oder in einem von den beiden halt Hallo Cyan Hallo War dein aktuelles Team dein Durchspielteam ja das war ein Witz ich habe so einfach die Top 4 besiegt First Try jeder Kampf war ganz ganz einfach aber jetzt hier Route 18 oder 16 oder 14 alle hier mit über über Level 60 Mons und ist du Gen 5 besser als Gen 4 Gen 5 hat meine Lieblings Pokémon Skilabra Rabigato und sowas sind mega geile Mons einfach aber nee Gen 3 ist das beste Smaragd ist die beste Gen mit der Grafik her vom Gameplay her was man alles macht und so so wo geht's hier lang vorsichtig Route 12 sind wir jetzt wieder in der Stadt Tessera jetzt sind wir in Tessera aber wie kommen wir zur Riesengrotte erst mal heilen ich kann jetzt Psychokinese und Alstra holen yay brauche ich komm hier Gen 5 Profis brauche ich Kaskade in der Riesengrotte ich habe kein Mon das Kaskade kann wen haben wir hier Henriette hallo du bist ein Wablu Henriette bist du da möchtest du dass ich dein Paket jetzt aufmache oder möchtest du dass ich es offline aufmache ich habe es vorhin abgeholt das scheint mir ja nun weg mir egal wie du magst dann schauen wir mal ich muss es nur aufmachen ohne dass ihr seht es ist so gut eingepackt ich kriege es nicht auf was ist das für Panzertape was man nicht durchschneiden kann das war so klar dass es jemand macht aber Jokes on you jetzt kann ich es besser aufmachen weil jetzt seht ihr noch weniger haha uhlala es ist sehr bisschen mitgenommen hoffentlich ist alles noch heile ich glaube ich brauche nichts mehr Angst dass es irgendwie geknickt wird es wird alles gut sein es wird alles gut sein ich weiß noch nicht wo es aufgeht achso einfach ist geknickt oh nein es geht noch oh mein gott oh nein diese dreck säcke ich zeig's dir erst gar nicht du willst nicht sehen wie es geknickt ist ich entknicke es ich zeig's dir nicht wie es geknickt ist so dein herz bricht oh nein die schweine die schweine henriette die schweine ich will was reinstecken um es zu end du willst es nicht sehen wie es geknickt ist oh nein ähm ich brauche irgendwie einen Besenstiel oder ich mach's einfach auf oh mein gott ich verklag die also ich glaube viele knicks sind aber also die großen knicks sind von dir aber die krassen knicks sind von denen aber ich werde es ich werde es so auf unter bücher unter den teppich tun vielleicht und dann was drauf legen und dann in bilderrahmen tun henriette ich zeig's euch henriette hat mir das hier ist das nicht geil das hat ein künstler ich weiß nicht wie der künstler heißt steht glaube ich nicht drauf hat ein künstler auf einer convention gezeichnet oder gemalt und dann hat sie das gekauft für mich und mir geschickt und hier ist das andere auf dem anderen bild ist ein kürzel drauf das ist glaube ich irreparabel geknickt weil das fotopapier ist und fotopapier kriegt man nicht mehr gerade glaube ich da ist ein kürzel drauf ah hier Sascha Kahn Sascha Kahn K H A N Ich habe nur noch keine Ahnung also ich habe eigentlich genug Bilderrahmen aber ich weiß nicht wo ich es hinhängen soll aber ich finde einen Ort dafür Henriette aber aber diese Knicke ich glaube es ist unmöglich ein Paket also Poster zu verschicken ohne dass sie geknickt sind ist der Bruder von Oliver ich glaube sowas muss man um eine Rolle rum machen also du hättest so eine hätte hätte ich kriege das alles wieder gerade aber Fotopapier ist halt schwer zu entknicken hier dieser eine knickt in der Mitte ich glaube man muss eine riesige Klopapierrolle nehmen und es da rum machen die nicht nicht knickbar ist so diese festen rollen und da muss man es drin haben weil wenn man es einfach per hand rollt so lag das halt da drin und dann knickt sich das aber vielen vielen Dank Henriette ich werde es unter den Teppich tun Bücher drauflegen dann in einen Bilderrahmen tun und dann keine Ahnung wohin damit aber irgendwo wird es sein und dann zeige ich es dir nochmal vielen Dank so schön das ist schon geil hier oder wie Majora der Mond im Zeitglas wie heißt das Sanduhr in der Sanduhr hat so weiter kannst du bügeln ja Fotopapier bügeln hätte ich jetzt Angst dass die Farbe abgeht aber ja ich muss googeln muss gucken aber auch wo ich es hin tue es hat nach mir geschrien bei mir hier bräuchte zerschneider ich habe keinen zerschneider dabei kann man shiny Pokémon aus dem Wundertausch ohne Probleme auf Pokémon Home übertragen ja kannst du Handtuch drüber legen und dann bügeln Lunastein ist hier okay genau so eine knickbare Paketrolle ja ich habe es sind zwei Kartons eingepackt was fällt den ein ich glaube selbst wenn du Breakable drauf schreibst ist dir es denen so egal man kennt auch diese Videos wo die Paketservices wie die die Pakete rumschmeißen aber man darf nicht vergessen die werden sehr schlecht bezahlt und haben unfassbare Zeit Bedrängnis muss es leider immer schnell gehen es ist bestimmt diese eine stelle da wo dann der stärke block ist quasi die andere richtung hier kannst du nicht zur riesengrotte gehen wo geht es da irgendwo wo oder es ist wirklich links wenn ich kaskal benutze oder gegen den habe ich gekämpft es ist erst an dem und dabei sind dann gratis das sind zwei verschiedene sachen ich glaube das fotopapier kriege ich nicht gerade außer bügeleisen aber sobald etwas in einem bügel in einem in einem bilderrahmen ist und die scheibe drauf drückt und sowas und es wirklich da drin ist alles gut und dann hängt man so auf dass der reflektion nicht drauf scheint und dann sieht man das gar nicht mehr ich weiß wie ich da hinkomme ich werde googeln haben keine zeit riesengrotte muss vom strand aus der grotte weil der stein noch im weg ist das heißt ich muss da runter und dann rüber und dann hoch hier steht ausgehend vom nordosten der route 13 weiter nach norden surft rote 13 nach norden also da wo ich war noch weiter runter und dann nordosten hoch surfen da wo der stein war da wackelt was da ist immer mit verdammt auch mit knick sieht es geil aus genau ein pinsi was jetzt alles hier auftaucht was auf youtube die eine mitgliedschaft gekauft ich sehe youtube immer nicht warte aber jetzt sehe ich hast du nicht aber vielleicht hast du irgendwann anders gemacht ich dachte redest von jetzt danke danke lehrer dankeschön dass du mitglied bist auf youtube ich bin es mega liebes geschenk von dir brauchst du nicht ärgern genau genau ich dachte es geht schon länger husky hallo ich versuche grad zur riesengrotte zu kommen mehr haben wir noch nicht gemacht der gedanke zählt das ist so ein blöder satz der gedanke zählt ich hasse den natürlich zählt der gedanke aber ich kann auch verstehen dass man natürlich traurig ist wenn das geschenk kaputt ankommt aber es ist nicht kaputt es ist nur ein bisschen in mitleidenschaft gezogen wurden mein akira poster was hier hängt ist das kam auch unverschämt an und das ist so ein ich weiß gar nicht was das für ein material ist so plastik und da war auch ein knick drin der war unweg bekommbar weil es halt plastik ist und einen plastiken knick kriegt und das sieht man auch nicht ich sollte dieses schwalbos killen ich habe gedacht ich schaffe erst nach einer stunde also ich kam heute ein bisschen später weil ich äh spät aufgestanden bin und weil ich länger beim sport war poker fusion 245 150 200 245 doch das geht stimmt hier happy glücklich chuck morris ich versuche gerade einen chuck norris witz zu machen legendäre können nicht brüten bis chuck norris evoli und suikun verkuppelt hat ok nein woher das orange vom evoli schaust du eigentlich anime wenn ja was ist dein lieblings anime ich schaue zurzeit kein anime aber ich habe sehr viel anime geguckt wir haben gestern nacht um 1 uhr morgens extrem viel über anime geredet wie komme ich denn da runter auf jeden fall ausruhrzeichen anime ich habe für alles ein command ist nicht die erste person die fragt was meine lieblings anime sind ausruhrzeichen anime und es steht da hier geht es lang ich fasse es nicht das fasst du nicht du hast wieder ein shiny fifi jenen gen 3 gefunden was willst du machen was willst du machen ausruhrzeichen schlüpfer für fast alles am wellen command guck mal die liste an ich rede gerne über anime nightmare vision guck mal die liste an und sag ob du da irgendwas kennst was du auch gut findest und bitte sag jetzt nicht Sword Art Online okay das war ein cooler weg du hast dich in frieren verliebt das ist ja nagelneu mr savage commands gehen auf youtube nicht das musst du alles auf twitch machen hier ist der hier ist der hier ist der weg das war ich brauche noch nicht mal surfen ich muss einfach nur den strand entlang gehen mine for you auf youtube leo's mind leo's mind leo's mind etc was was geschieht ist das die riesen grotte steht sogar schon da was hier oben eine plattform ist hier im winter dann was wo kann ich hier hoch so hier draußen gibt es auch schon mons aber es sollte ist mein zappelrang überhaupt fähig mein mein ignivore sollte mal schlüpfen hier drin jetzt tiny du bist ein äh relikant relikant du hast blitz geschaut das ist mein lieblings anime blitz habe ich komplett geguckt der ist ewig her ich meine ich habe nicht die aktuelle amazon staffel geguckt ich habe die erste folge geguckt und war richtig in nostalgie wie die musik einsetzt diese gitarren und dann so es ist mega geil aber das neues habe ich noch nicht geguckt ne zappelrang ist echt schlecht wenn man fliehen möchte warum habe ich zappelrang eigentlich jetzt nur noch an erster stelle hallo ron smash or pass reshram äh pass du schaust hier voll die og animes ja ich guck all den neuen schmarrn nicht ich hab ich schmarrn ich meine ich mag es nicht so ist alles irgendwann hast du so viel gesehen dass alles gleich ist ich habe das letzte was ich gesehen habe war ähm er ist chainsaw man weil ich von chainsaw man den manga gelesen habe und geliebt habe und dann habe ich halt den anime geguckt weil es geil war es animiert zu sehen das war das letzte was ich geguckt habe aber ich brauche halt nicht den dreißigsten schonen anschauen von irgendeinem teenager der irgendwelche kräfte kriegt das habe ich mit bleach und naruto alles abgefrühstückt ich kenne das alles deswegen ich guck lieber echt so alte aus den 80ern 90ern heute noch rum die ich nicht gesehen habe weil die einfach so damit hat es angefangen damit das sind halt noch besondere geschichten damals gewesen aber so als sie ihn jetzt auch nicht die ich gesehen habe ihr name war toll ja schöne geschichte also mit goldbert könnte ich hier ein bisschen leveln Violet Evergarden Violet Evergarden das habe ich mir Rose angeschaut das ist halt einfach visually stunning das sieht halt einfach sauschön aus aber es ist ein bisschen langweilig ich finde die deutsche Synchro von 9ARG richtig grottig der alte Synchro war 100 mal besser von Bleach ich habe nie Deutsch geguckt ich habe immer schon den einzigen Anime den ich auf Deutsch geguckt habe war halt damals auf RTL 2 nachdem ich von der Schule nach Hause kam also Dragon Ball und Pokémon und Yu-Gi-Oh! oder sowas aber als ich dann angefangen habe ernsthaft Anime zu gucken so im Internet oder auf ne im Internet ja ich meine im Fernsehen konntest du nie japanisch schauen habe ich die immer alle auf japanisch angeschaut fuck wie gemein ist das hier TECK und Titan muss ich mal zu ändern schauen da habe ich den Manga gelesen und dann den Anime geguckt das heißt ich weiß wie es ausging und sie haben die letzte das letzte Drittel der letzten finalen Staffel des letzten Finales haben sie extrem verlängert als es im Manga ist aber warum ist das achso ich bin ein Ding reingelaufen aber ich fand es gut ich fand es gut animiert ich fand es gut erzählt ich meine wenn es ist definitiv cooler wenn alles raus ist und man alles am Stück anschaut als wenn man immer mal wieder TECK und TITAN guckt und zwischendrin drei Jahre wartet bis es irgendwann weiter geht aber ansonsten ist es gut es war halt nur scheiße jedes mal so lange warten zu müssen für eine neue Folge was ist da unten ich glaube da unten geht es sogar lang Hallo Sarah ich glaube hier ist Ditto stand da stand da was das hier ist irgendwie Innengarten oder so muss das heißen hier steht nicht was es ist ne ich guck mal kurz wie es das heißt Ditto ist auf jeden Fall im ich brauche ein Ditto fürs Brüten und Ditto ist hier dunkles Gras ah es muss noch nicht mal rascheln dunkles Gras 15% im Wald im Krater und das sieht doch aus wie ein Wald im Krater Wald im Krater Krater und was ist Wald im Krater einfach Krater ich schätze mal alles was hier ist kann Ditto sein ok ich bin richtig gut dann suchen wir jetzt Ditto Problem ist nur dass Zapplerang so langsam ist aber ich wechsle dann einfach auf Zapplerang von Witternditto zu Swarones und dann kann ich mit Zapplerang Donnerwelle machen dann kanns mir nix antun ja die Riesengrotte ist alles aber es gibt halt bestimmte Bereiche wo es verschiedene Pokémon gibt was ich äh eine die einzigen Animes die ich wirklich aktuell geguckt habe war eben Chainsaw Man und ich habe noch irgendwas aktuell jedes Mal geguckt nachdem eine Folge rauskam ansonsten warte ich immer bis es fertig ist das stimmt gar nicht Chainsaw Man habe ich am Stück geguckt nachdem es fertig war ähm habe ich jemals irgendwas geguckt aktuell ich glaube nicht ich hatte es immer genervt Anime ist für mich nichts auf was ich eine Woche warten will du hast Jujutsu Kaisen geguckt das war der schlechtste Anime den du je geguckt hast ich will immer aus trotz Demon Slayer sagen aber es stimmt nicht Demon Slayer ist nicht so schlecht ähm ich weiß den schlechtesten Manga den ich hier gelesen habe und das war so ein komischer Survival Manga er war unfassbar schlecht gezeichnet ich weiß nicht warum ich den angefangen habe und es geht darum dass alle quasi nichts nutze in Japan die quasi nicht der Gesellschaft beitragen werden auf eine Insel verbannt und müssen halt auf dieser Insel überleben dass also die die werden einfach nicht mehr vom japanischen Staat unterstützt und dann werden sie einfach auf eine Insel gepackt und die meisten sterben da natürlich weil sie nicht wissen wie sie selbst zurecht kommen aber du verfolgst halt einen Teenager der da auch in Verband wird und der lernt halt dann wie man wie man jagt wie man wie man Rehe schießt und dann gibt es halt aber auch natürlich andere die halt dann Gruppen gründen ist halt so dieses typische und ich weiß nicht mehr warum ich den angefangen habe aber es ist ziemlich detailliert beschrieben wie man dann lernt Feuer zu machen wie man lernt halt zu überleben aber es ist so widerlich hässlich gezeichnet ich weiß nicht mehr wie der hieß aber der ist auch in meiner Manga Liste ganz unten weil ich den glaube ich mit weiß ich nicht mit 4 bewertet habe oder so ich weiß es nicht mehr ich habe den dann irgendwann aufgehört nachdem ich mir dachte warum lese ich das ah nachdem ich rausgefunden habe dass der noch nicht mal fertig ist der Manga dachte ich mir ne ich lese doch jetzt nichts was nicht mal fertig ist und dann weil ich dachte mir ich will wissen wie es endet dann habe ich gemerkt oh nein it's ongoing vergiss es schlechteste Anime ich guck keine schlechten Animes ähm weiß nicht ja ja dunkles Gras ich gehe nur gerade alle Items ab ich gehe alle Items ab alles was kommt kommt aber ja dunkles Gras dunkles Gras ähm vielleicht ist der Anime ich meine ich habe wirklich alle Animes aufgelistet die in der Liste sind auf Ausbruchzeichen Anime was ist denn da ganz unten da ist Ditto da ist Ditto oh im Doppelding aber ich muss erst das andere besiegen oder ich kann nicht einfach einen Ball schmeißen kriege ich hin vielleicht Moment mal der ist Psycho ne Metang ist Psycho sehr gut der Knirscher bringt nicht so viel der Knirscher bringt nicht so viel der Liste als schlecht bewertet ähm ganz unten wäre Tokio Ghoul ja Tokio Ghoul war schlecht vom Final Fantasy Anime war ich auch enttäuscht Demon Slayer oh ja One Punch Man One Punch Man One Punch Man Season 2 ähm One Punch Man Season 2 ist eine Frechheit und sollte niemals existieren ich bin gespannt was sie mit Season 3 machen ob sie dazugelernt haben oder ob sie noch eine Donnerwelle gib mir noch eine Donnerwelle auf Ditto meint mal ist Ditto tot? ne der ist da da ist Ditto ok das wirst du langsam persönlich wegen Tokio Ghoul oder? komm schon Tokio Ghoul die erste Staffel ok zweite Staffel was für ein Schrott tut mir leid was für ein Schrott so sinnlos und langweilig gibt's gar nicht ähm du überlebst alles glaube ich was ich mache überlebst du ein Knirscher? ja ja du überlebst es du bist starkes Ditto oh oh das war ein Volltreffer jetzt knirsch ich's tot überlebe ha 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 warum kommt ein Volltreffer vielleicht weil mein Swarones eine Scope Linse hat vielleicht deswegen ohhhh mein Swarones Scope Linse ich habe Swarones in den Top 4 gekämpft mit der Scope Linse und niemals kam Volltreffer kämpfe ich gegen Ditto? Volltreffer Scope Linse danke schön wie gemein wie gemein hallo Kativa ich schaue gerade Dr. Stone dann that time I got reincarnated as a slime im Solo Leveling die beiden letzten München mit der Light Novel auf dem aktuellen Stand das sind tatsächlich Sachen die ich auch alle irgendwie mal watchen will weil die interessant klingen und Solo Leveling war ja ein sehr erfolgreicher Manga und Frieren ist ja auch ein sehr erfolgreicher Manga Leute schaut Dandadan ich habe den Manga von Dandadan gelesen davon gibt es jetzt ein Anime Dandadan so lustig ich weiß nicht wie der Anime ist aber der Manga war zum Totler Sarah hier was ist das? was ist das? ist das Frigometri? ist das Frigometri? oder was ganz anderes? oder Gelatino? auf Dandadan habe ich auch Lust der Trailer sah cool aus ich habe Angst dass es im Anime also der Manga ist schon hier und da einfach es ist so ein bisschen es ist nicht zu viel ich finde es ist gerade richtig Fanservice so sehr viel sehr freizügige Klamotten die sie tragen und sowas ist nicht so krass wie in One Piece jetzt aber schon so und sehr viel Fokus auf gewisse Körperteile aber ich finde gerade noch so dass es nicht übertrieben ist es kann sein dass der Anime das aber übertreibt weil du halt da Animationen hast im Manga ist es halt ein Frame wo du sagst und dann kommt es drauf an wie sie es animieren es kann sein das könnte es für mich kaputt machen weil es dann so lächerlich ist aber Dandadan ist sehr lächerlich es ist aber trotzdem eine sehr ernste Geschichte aber mit super viel Humor drin und ich habe Angst dass so Fanservice das Ganze dann wieder lächerlich macht Apothecary Diaries das ist Apotheker Tagebuch ach Solo Leveling ist koreanisch wusste ich gar nicht ich habe tatsächlich auch ein Korean zwei zwei koreanische Mangas habe ich gelesen und zwar The Breaker sehr geil The Breaker und da ist wieder ein Ditto okay und das andere ich muss sofort Donnerwelle machen und das andere ist ah Gott ich weiß nicht mehr wie das heißt ist aber auch sehr geil und sackenwitzig ah Donnerwelle auf Ditto jetzt machst du dich zu kann der sich aussuchen zu was er wird eigentlich Ditto kann sich Ditto im Doppelkampf aussuchen zu was es wird nein es nimmt doch immer das Gegenüber und jetzt konnte ich keine Donnerwelle machen geil ja ich verstehe was du meinst hatte man im Trailer schon gesehen ich habe tatsächlich Dunder da den Trailer nie angeschaut ähm okay aber ein Aero Ass hat Ditto ausgehalten okay Husky du bist ein Manguspektor ach so schwach so schwach ist Aero Aero Ass bei Zapplerern so aber was war das jetzt genau Paragoni Venikro ach die Fähigkeit nimmt das Gegenüber und wenn du transformierst darfst du tatsächlich aussuchen ähm komm ich mache jetzt sicher einfach mit Aero Ass bis ich was mache ich denn jetzt mit Skalabra dann? einfach austauschen die ganze Zeit es klingt sehr vertraut würde ich auch sagen es klingt sehr vertraut würde ich auch sagen Olopoto du bist ein Garnowil ich sag Frigometri wahrscheinlich ist es ein Klefki ich sag irgendwie Stahl oder Eis aber deswegen sage ich Klefki oder äh Frigometri und es ist so klingt Mitheno? das haben wir doch alle gescheini hunted wie zum Teufel klingt so Mitheno das ist kein guter Sound für Mitheno finde ich kein guter Sound okay hehehe ja aber jetzt wo ich es höre ich erinnere mich wie wir das gescheini hunted haben das klingt so mein Quatsch so was kann ich machen dass der nicht drauf geht nix ich schmeiß jetzt einfach Bälle ich muss noch nicht mal ich muss noch nicht mal ich muss noch nicht mal einen Pokéball benutzen komm Ditto Überball für dich kein Wunder frisst 3 quasi die Methenus echt macht der das? ich kenn die Lore gar nicht ich finde ja ich sollte 2 Pokébälle werfen dürfen weil ich hab noch 2 Pokémon auf dem Feld BAM 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 kriegt das eigentlich die Fangrate? ich weiß es gar nicht mehr Ditto übernimmt alles bis auf 1-2 Sachen ich glaub sogar die Fangrate wird übernommen Rani hier ist dein Sub 3 dein Tier 3 Sub vielen vielen Dank vielen vielen Dank alles außer KP ja komm komm du hast mein komplettes Team zerstört ich muss noch gegen Qrim kämpfen ich glaub ich geh aber raus ich muss für Qrim mich aufwerfen jetzt bist du verbrannt wegen Flammkörper okay es kann echt nicht sein dass mein Team oh Gott es will nicht sein dass mein Team drauf geht aber jetzt muss es drin bleiben Hallo Hallo Backfisch Dankeschön okay da ist unser Brüt unsere Dorfmatratze unsere äh 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 ich will nur mal gucken ich wills doch nur anschauen ich wills doch nur anschauen begaffen einem an dem Eis einmal kurz schlabbern Ah da ist es IGNIVOR IGNIVOR eigentlich echt eklig wie sich das bewegt so mit dem wie so eine Larve okay du bist ein Weibchen entweder ich brüte das Ding jetzt oder so wie ich immer sage brüten nur wenn es wirklich nicht anders geht ich muss weiß sowieso noch spielen das heißt ich könnte mir das Ei auch holen in Weiß ich will aber Weiß nur bis zum Genie spielen aber ich glaube ich kann zu IGNIVOR bevor also also ich kann glaube ich zu IGNIVOR bevor ich die Top 4 machen muss das spart nämlich viel Zeit die Mothra ist auch ein Mädel ist Mothra immer ein Mädel? Wat? Yay okay wenn die beide immer ein Mädel sind dann brüte ich die weil das ist ja dann dann kann ich ja gar nichts das ist ja ein Fall von muss ich ja dann aber das Ei ist wahrscheinlich nicht immer ein Mädel oder? wo ist mein Knopf hier? warum geschieht das? mein Schutz ist ach ach weil Mothra ein Weibchen ist im Film ist sobald du surferst kannst du das Ei holen ähm ich will den Kampf nicht gewinnen weil IGNIVOR soll Level 1 bleiben ich werde das irgendwie wohl eh nicht benutzen mh oh mann das ist eine Larve ich weiß das bewegt sich auch so die Regel verstoß du fängst doch jedes Pokémon im Pokéball neue Pokémon kann ich hier rausfliegen? das ist ein Krater hier sollte man nur rausfliegen können kann es sein dass das Mothra äh dass das IGNIVOR Ei immer weiblich ist? genau deswegen auch? das kann schon sein aber es ist ein Ei ich fände es auch irgendwie unlogisch wenn das auf weiblich getrimmt ist ich guck mal ganz kurz es kann auch sein dass es immer weiblich ist IGNIVOR ne 5050 auf Route 18 im Ei kann ich irgendwo einsehen ob das fix ist IGNIVOR Geschenk als Ei aber ich sehe hier nicht gibt es hier irgendwo eine Karte die mir zeigt was das dann ist wie das ausschlüpft nein ich glaube es kann männlich ausschlüpfen wenn es männlich ausschlüpfen kann probiere es nochmal in Weiß wenn es da auch in weiblich ausschlüpft werde ich nicht nochmal spielen nur um ein IGNIVOR zu brüten dann brüte ich und Mothra glaubt ihr ist immer weiblich? ich meine es macht Sinn es ist lustig weil es eine Anspielung an Mothra ist äh wo ist wo ist wo ist äh wo ist Mothra Mothra ich finde schade dass es auf englisch WOL CORONA heißt CORONA WOL CORONA Mothra ist so ein guter Name hier steht alter Palast gibt es hier eine Karte die uns Mothra zeigt ne bei Legis ist immer halt so eine Karte die zeigt was für Attacken das hat und sowas hier bei Ramoth gibt es keine Karte die uns zeigt was dieses Ramoth ist ist irgendwie Trivia wo das steht ne hallo da Beudel ok jetzt müssen wir heilen und dann zu Kyurem zurück und das die Enttäuschung können wir jetzt aus dem Team nehmen das heißt wir haben eins mehr zum Kämpfen Egnivor die Enttäuschung Meistergriff oder guck mal da ne guck mal da darf nicht aufleveln und guck mal da auf Level 40 bringt uns eh nix ist auch sicher nicht schneller als Kyurem für einen Blitz oder sowas ne Meistergriff Unser altes Team wir haben hier eine Enttäuschungsbox das sind alle die die ich gefangen habe aber nicht brauche und Kyurem kommt in die Legibox die ist hier bin aus Versehen auf Home gekommen oh man hallo Disco Devin kann man die Motte nicht resetten wir werden es probieren ich will sie auf jeden Fall fangen weil das ist die Motte wenn die immer weiblich ist die ganze Zeit kann man schon nachvollziehen und von Mothra ist halt weiblich wir werden es probieren das hast du gestern gesagt dass es weiblich ist ja wir haben Pech okay zurück wir haben ne Abkürzung aber Hallo Katetsu Momenttäuschung weil Ignivor aus dem Ei weiblich geschlüpft ist und ich will ein männliches Hallo Azrael Hallo Azrael ich weiß nur noch dass ich die Motte in schwarz 2 männlich gefangen habe denke dass es in schwarz 1 auch gehen sollte wir werden es sehen warum ist der Schutz vorbei war das nur ein normaler Schutz ach ich habe wahrscheinlich einen Schutz über den Schutz genommen sollte der Schutz dann aber nicht stacken also zumindest den ersetzen hey warum war mein Schutz nach 5 Schritten vorbei ich glaube hier oben ist einfach nur machen wir mal einen Schutz vorbei soll ich noch hier ein bisschen mich umschauen guck mal kurz was gibt es hier noch vielleicht gibt es ein cooles Item das tatsächlich mir helfen könnte oh ne das ist jetzt der andere Weg wir werden gleich wieder eine Wette machen wie viele Eier ich brauche bei Kyurem aber erst wenn wir sicher sind dass ich überhaupt Kyurem ne Chance hab ja vielleicht one hittet er jedes Pokémon von mir und vielleicht sage ich dann egal dann werfen wir halt 6 Poké Bälle aber ich würde schon eigentlich gerne ein bisschen taktisch sein Ei? was ist mit Ei? also klar Eier bei Kyurem Eier bei Kyurem ihr glaubt doch nicht dass ich mir selber zuhöre ich habe keine Ahnung was ich gesagt habe du sagtest Eier? ok ich wüsste nicht wie ich Eier sei was haben Eier mit Kyurem zu tun ihr hört schlecht ich rede schlecht und ihr hört schlecht wo geht es weiter? ach da Stabilo hallo Dankeschön für 17 Monate wie viel Eier ich bei Kyurem was geschieht hier? ach so die sind anders stärker als ich ja wie viel Eier ich bei Kyurem brauche hier wisst doch was ich meine Bälle Eier alles das gleiche was für ein kranker Weg hä? wie komme ich da hoch? ok ok ich muss ich muss hier was ändern Stabilo dankeschön hallo hallo wie funktioniert das Fliegen eigentlich bei Doppelkämpfen? wird der Durchschnitt von beiden Pokémon genommen? sind die noch stärker als Level 58? 65 ok du hast dir Elden Ring geholt bin zwar weit gekommen außer langsam kommt der Punkt an dem das Spiel mich wütend macht dabei ist Elden Ring das Einfachste von denen aber ich kenn das das ist ein Labyrinth aber es kann ja nur sein dass ich dann von da oben ey wie Schutz mir nix bringt hier da kann ich fast Rauchball ne Rauchball sorgt nur dafür dass ich mal fliegen kann nur ein Dittor was ist ein Traum hier ist auf jeden Fall nicht schlecht zu trainieren glaube ich ok aber hä? wenn der Weg da unten zu ist wie soll ich denn dann oder ist das der Rückweg wahrscheinlich ist das der Rückweg und der Eingang der Höhle ist ganz woanders das macht aber auch keinen Sinn es ist nur ein Weg ich weiß wie die Höhle aussieht es ist nur ein Weg es gibt nur Eingang in die Höhle hä? ups die versteckte Lichtung in der Riesengrotte es gibt hier die versteckte Lichtung nahe des Eingangs nahe des Eingangs zum Wald befindet sich eine versteckte Lichtung aber ich bin doch nicht in der Lichtung oder? ach ein schwarz weiß 2 ne ne Moment alles gut ok ich check überhaupt nicht wie ich da hochkommen soll gehe ich nochmal da runter muss eine Art Rätsel machen ok geil dass mein Schutz einfach nix bringt hier dein Ehrgeiz treibt dich an es durch zu spielen das ist ja das Schöne an Soulslike der Ehrgeiz ist trotzdem zu schaffen aber eigentlich ist glaube ich Elden Ring ich habe es ja ich habe es nicht selber gespielt aber Elden Ring sollte so sein dass wenn du irgendwo nicht weiter kommst dann sollst du da noch nicht sein dann gehst du einfach woanders hin wo es leichter ist ein Level stort ich komm da nicht hoch was soll denn hier für ein Rätsel sein ok wir gehen einfach jetzt in jede Ecke oh cool da komm ich auch nicht hin oh ist das anstrengend du musst auf Winter umstellen nur so kommst du zum Legi gute Information Hightower aber wir haben März wir haben Januar Februar April ne ich kann nicht Januar Februar März April was haben wir? April das heißt es ist was? Winter Winter und das glaube ich nicht dass ich auf Winter stellen muss aber es ist Winter da ist was? oh nice ich muss kein Winter einstellen aber ich lese es schon also ich löse das Rätsel schon Leute keine Angst keine Angst ich schaff das ich lese es erst durch was du geschickt hast wenn ich nichts nichts checke ok da ist so ein Wasser hier QQQ deswegen meintest du Winter glaube ich weil es dann anfängt zu schneien ich glaube es fängt immer an zu schneien aha ein bisschen zu viel fängt es an zu schneien deswegen dachtest du Winter aber das ist immer so ok da wäre ich mit der Zeit auch drauf gekommen weil ich einfach rumgelaufen bin hier geht es äh hier ist jetzt das und das hier werden wir irgendwann Shiny hunden aber nicht bald erst wenn wir Gen 3 und Gen 4 fertig haben so das ist unser Gen 5 Ziel dieses Qrem hier das sie vergessen haben zu Shiny locken wie weit kann ich gehen? ich kann wahrscheinlich genau davor stehen oder? du wirst ich habe doch nicht jetzt Kaifel gesagt oder? Qrem habe ich ernsthaft Kaifel gesagt? Qrem ist schon geil vor allem Shiny Qrem ist echt sexy aber das ist jetzt die große Frage schaffe ich es überhaupt? lasst erstmal einen Kampf anfangen bevor wir eine Vorhersage machen weil vielleicht sage ich ne wir müssen irgendwann wieder kommen wo ist mein Programm hier? und nochmal du hast nicht Kaifel gesagt? wirst du Kurem in Schwarz-Weiß Resetten oder in Schwarz-Weiß 2 mit dem Schiller Pin oder in beiden gleichzeitig? In beiden gleichzeitig wäre cool, ja. Ne, die Challenge ist, dass ich in jeder Gen ein besonderes Full-Odd Shiny mir hole, so wie das Arctos, so wie das Lugia, so wie Deoxys in Gen 3, Giratina in Gen 4 und in Gen 5 ist es Kurem. Ich könnte eine Doppelhand draus machen, indem ich einfach in Weiß hier auch hingehe oder in Schwarz-Weiß 2 oder sowas. Das könnten wir machen, aber dadurch ist es auch schon nicht mehr Full-Odd eigentlich. Aber der Zug ist abgefahren, weil ich such Deoxys auf 4 Gamecubes. Deswegen, das mache ich sowieso schon. Also vielleicht machen wir 2DS mit Kurem, ja. Könnten wir machen. Das könnte ich aber dann auch eigentlich mit Giratina machen. Bei einem stehe ich in der Höhle, beim anderen in der Zerrwelt. Mal schauen. Und in Gen 6 ist es Qua Faf, weil alles anderes gelockt. In Gen 7 ist es das Cap Pikachu. In Gen 8 ist es Reggie Drago. Und in Gen 9 ist es im Moment des 3er-Famips, weil es auch nichts anderes gibt. Zerwelt-Chiny ist cooler, ja. Schauen wir mal, wie dieser Kampf hier läuft. Und vor allem haben wir eigene Curemusik. Glaub nicht, oder? Curemusik. Oh, doch. Warum habe ich nicht mein Zappler an erster Stelle? Ich trottel. Okay. Schauen wir erstmal, ob ich ein Wehtum können. Erdbeben sollte ja ziemlich gut sein. Nee, andersrum. Eis ist gut gegen Boden. Verdammt. So blöd. Drachenklaue sollte sehr gut sein. Oh, oh. Ich bin kein Drache. Lass mich in Ruhe. Das überlebe ich. Ich bin Rabigator. Ich bin der mächtige... Okay. Ei, ei, ei. Komm, einfach gelber Bereich und alle... Oh Gott. Okay. Ah, hier, hier, hier. Nice. Habt ihr gesagt 75? Ja, du hattest recht. Du bist allwissend. Okay, und dann lasse ich mich jetzt killen. Ich meine, ich könnte noch versuchen, eine Attacke reinzubringen, die es nicht Erdbeben... Knirscher. Knirscher sollte nicht killen. Knirschet. Warum machst du Begrenzer, Mann? Es bringt nichts. Okay. Knirscher killt. Warum killt Knirscher? Wegen Stab? Naja. Andere Taktik. Zuerst Zapplerrang mit Donnerwelle. Hallo, Ninebine. Ist in Gen 7 das Surf Pikachu nicht etwas cooler als Cap Pikachu? Ich finde Cap Pikachu cooler. Von Surf Pikachu weiß ich gar nichts. Ich finde Cap Pikachu cooler, weil es ein Shiny ist, das raus... Also das nicht existiert im Spiel, aber trotzdem bekommbar ist. Und es hat keine Shiny-Animation. Das ist sehr besonders aus Cap Pikachu. Die andere Sache wäre... Welches wollte ich ursprünglich holen? In Sonnenmond? Ach, Typ 0. Zapplerrang hat vor allem auch Blend-Puder. Was ist mein Lieblings-Pokémon? Was ist mein Lieblings-Pokémon? Lass mich kurz nachdenken. Schwierige Frage. Es schreckt so selten die Frage. Ich weiß gerade nicht, was ich darauf antworten soll. Ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht, wenn ich die Frage so selten bekomme. Was ist mein Lieblings-Pokémon? Ähm. Ja, ja, ja. Kyurem. Ich weiß nicht, wie ich auf Kyurem komme, aber ich glaube Kyurem ist mein Lieblings-Pokémon. Komm, mach eine Donnerwelle. Das kriegst du hin. Notsituation? Hahaha. Hahaha. Okay. Säurespeyer. Knirscher. Donnerblitz. Das bringt alles nix, ey. Knirschen wir halt. Das macht so wenig Schaden wahrscheinlich. Das ist das erste, das ist bisher das Lied, was mir am besten, glaube ich, gefällt. Badabam, 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 badabam. Okay, wir sollten immer Donnerwelle machen können. Und jetzt hole ich, Rabi, Eiszeit, kannst du? Chill. Ist Eiszeit nicht so eine 20%-Attacke? Ist es nicht eine K.O.-Attacke, Eiszeit? An was denk ich grad? Ich mach jetzt mit Rabi Gator Drachenklaue. Genau, Pikachu hat eine Shiny-Animation, aber es hat keine Shiny-Skin. Jaja, falsch gesagt. Eis ist Kälte, meine ich. Ja. Okay, das reicht. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Okay. Ich glaube also, das kriegen wir hin. Ich muss wahrscheinlich oft den, ich muss wahrscheinlich oft den Kampf neu starten. Oh Gott. Wir machen eine Vorhersage. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, kommt auf Twitch und macht mit. Die Vorhersage ist wieder, weil, warte wir gucken zuerst die Happens. Wenn du da bist, kannst du schon mal anfangen zu schreiben oder einfach die vorherigen wiederholen. Ähm, wir sind bei Curem. Happens sitzt immer auf dem Klo. Curem. Level 75. 45 sind wir bei 1,5 Prozent. Also genau das gleiche wie bei den anderen auch. Und dann ist es paralysiert. 2 Prozent. Und wir haben es im Moment sogar im roten Bereich. Das heißt, wir sind bei knappen 5 Prozent. 4,7 Prozent. Im orangenen Bereich wären es 3,7 Prozent. Aber wir sind im roten Bereich. 4,7 Prozent. Ich glaube, ich habe sogar Curem im Pokédex. 1. Bringt nichts. Macht keinen Unterschied. In Thick Grass. Ja, Curem ist im Thick Grass. Nein. Warte, im dicken Gras wäre es schlechter. Ich habe keine Ahnung, was Capture Power ist. Hier ist auch alles das gleiche ungefähr. Krass, es geht ja noch viel genauer. Oh mein Gott, weg damit. Ähm, ja, wir sind bei 4,6 Prozent. Ihr könnt jetzt bei der Vorhersage mitmachen. Gebt alle Punkte aus, die ihr nur habt. Wenn ihr Punkte haben wollt für Spirits oder was auch immer. Ihr könnt wählen zwischen 1 bis 9, 11 bis 19 oder 12 bis 29. Dass Curem drin bleibt. Bälle. So viele Bälle brauche ich. Kira, du bist ein Zensekt. Zensekt? Krasse Seite kenne ich noch gar nicht. Wirklich? Niene Biene. Du bist ein Teddy Ursa. Sene Sekt. Sensekt finde ich cooler. Wie viele Bälle kann ich werfen, bevor ich drauf gehe, ist die Frage. Drei. Abstimmung läuft. Leute macht mit. Wie viele Bälle brauche ich? Das wäre cool, wenn es wieder zuerst shiny ist wie Ho-Oh. Das wäre immer cool. Das wäre sehr, sehr cool. Würdest du irgendwann auch einen shiny Living Decks machen? Ich mache schon immer einen shiny Living Decks. Ich bin bei 1.129 Shinies. Verschiedenen. Natürlich mache ich einen shiny Living Decks. Ich brauche noch für 30 plus Vorten. Noch nicht. Erst wenn wir die 30 nicht geschafft haben. Der Witz ist, dass bei allen vollen Zahlen, also 10, 20, 30 gewinnt niemand. Gestern hatten wir ein Leggy, ist im 10. Ball drin geblieben. Und dann kriegt keiner was. Also ihr verliert eure Punkte nicht, ihr kriegt eure Punkte dann wieder. Aber keiner gewinnt etwas. Und alle Zahlen dazwischen könnt ihr auswählen. Wenn man die Montags-Surf-Challenges macht, dort in allen vier Gebieten den Rekord bricht, bekommt man einen Pikachu mit Surfer. Weiß nicht, ob nur in Usum oder auch in Sonne und Mond. Ich habe Usum gespielt, um da hinzukommen. Da war die Surf-Challenge auf jeden Fall. Es ist die Frage, ob man dieses Pikachu mit Surfer übertragen kann auf Bank. Oder ob die sagen, V.M. Lösch die V.M. Lösch dich und dann die V.M. Das alles auf 21 bis 29. Wir machen diesmal die Zahlen so gering, weil die Chance liegt halt bei 5%. Im Schnitt sollten wir nicht mehr als 20 Bälle gebrauchen. Bei 5%. Es ist 1 zu 20, dass Kyurem drin bleibt. Aber gestern war... Was war es? Terrakium hat 62 gebraucht. Hallo Igor. Ich glaube nicht, dass man Pikachu in Schwert und Schild surfen beibringen kann durch V.M. Geht das? Es gibt nur spezielle Pikachus, die surfen können, wenn sie es verlernen. Wenn du Pikachu vor allem in alten Editionen des Surfen wieder verlernst, kann es glaube ich nicht wieder surfen lernen. Kann man das neu lernen? Ich glaube nicht, dass man das neu lernen kann. Okay. Ball Nummer 1. Mal schauen, wie viele Versuche wir brauchen. Umso mehr Versuche wir brauchen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit minimal, dass es Shiny kommt. Nummer 1. Ah, Mendo! Es wäre so schön gewesen, Kommt. Es wäre so gut gewesen, ey. Mann! Immer diese 3er und jetzt bleibt es wieder ewig lang. Jetzt kommt ewig lang wieder kein einziger Wackel. Ja. Es war bei Boreos das Gleiche. Erster Ball so krank knapp und dann hat es ganze neun Bälle gedauert. Nummer 3. Wenigstens tut es mir nicht weh, ey. Kyren. Was ist los? Ich sag es euch, ich sag es euch, jetzt dauert es wieder ewig. Das ist die ganze Zeit paralysiert. Ey, was haben wir für ein Lack. Level 75. Kein Wiggle mehr. In den neuen Spielen kann Pikachu Surfer einfach lernen. Ernsthaft? Kann man jedes Pikachu zu nem Surfer Pikachu machen in Gen 8 und 9? Ich will das irgendwie nicht glauben. Aber ich glaube euch jetzt mal. Nein! Stopp! Verdammt. Ich finde das Lied von den Sub-Legis quasi. Der Song war cooler. Das hier ist eins, was nicht stört. Das andere stört ein bisschen, aber ist dafür sehr cool mit dem Tempo wechsel und sowas. Aber das Lied hier ist auch okay. Nummer 5. Jetzt kommen wieder die Wiggle. Nummer 6. Der erste Ball ey, dem häng ich jetzt ewig nach. Stopp! Nummer 7. Hat Kirum eigentlich Liedschatten? Ich meine, wir können, dass mich interessiert ist jetzt mit Surfer. Wir können das hier ganz einfach nachschauen. Das sollte Nummer 8 sein, oder? Nummer 8. Pikachu in Gen 8. Er ist tot. Kann nicht Surfer lernen. Doch! Technical Record Attacks. Technical Machine Attacks. TR. Was ist der Unterschied zwischen TM und TR? Warte, 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 warte. Was ist TR? Was ist eine TR? Achso. 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 In Schwert und Schild gab es den Unterschied zwischen einzigartigen TM und welche, die man wieder benutzen kann. Du hast recht. Hier steht Surfer. Pikachu kann Surfer durch eine TR erlernen. In Schwert und Schild. Das ist ja voll langweilig dann, dass das ganz normal geht. Aber gut, dann muss man halt mit sich selber klar sein, so. Das kann Surfer und damit ist es besonders. Und in Gen 9. In Gen 9 sieht es nicht so aus, dass es das lernen kann. Ah doch, hier. TM123. Stimmt, da gibt es ja keine V-Rams. Ja, Pikachu kann echt inzwischen einfach Surfer lernen. Hä? Das ist voll langweilig. Das ist doch voll doof. Das macht das Surf Pikachu kaputt. Finde ich auch. Na gut, dann kann man wenigstens das Surf Pikachu wieder zum Surf Pikachu machen. Ach, das ist nicht das gleiche. Nummer 9. Wenn du den Hyperball nutzt, bleibt es wahrscheinlich ja drin. Oh, dankeschön. Wir müssen nochmal. Wir müssen nochmal. Wir müssen nochmal. Wir müssen nochmal kämpfen. Außer jetzt kommt der Ball. Hallo Maru. 10. Der Boreos Ball. Komm schon. Der erste Ball wäre es gewesen. Ah. Mal schauen, ob ich überlebe. Er macht Begrenzer. Er ist dumm, dumm, dumm. Du brauchst eine harte Hand, Kyurin. Schließe dich mir an. Du brauchst eine harte Hand, die dir beibringt, nicht Begrenzer zu machen. Ich nehme dich unter meine Fittiche. Eins. Verdammt. Was kommt als nächstes? Fliegen der Pikachus? Ja, das wäre kacke, wenn sie auch noch erlauben, dass jedes Pikachu einfach fliegen lernen kann. So wie ein Let's Go. Quasi. Nummer 12. Letzte Chance wahrscheinlich. Der erste Ball war es, man. Oh, paralysiert. Wir haben noch eine Chance. Was? Gefangen oder habe ich was verpasst? Was fragst du? Gefangen oder habe ich was verpasst? Ich weiß nicht, von was du redest, wenn du einfach nur sagst, gefangen. Du siehst auf jeden Fall glaube ich, dass ich Kyurin nicht gefangen habe. Let's go. Nummer 13. Dann fängst du Victini. Können wir später machen. Beim Glück, wir haben Glück. 14. Mit Tini habe ich nicht gefangen. Ey, wir haben Glück. 15. Komm, noch einmal. Ah. Okay, das war's. Ich habe keins mehr, oder? Nein. Nochmal. Du weißt, wie du da hinkommst? Nö. Ich will es auch nicht wissen. Schaut einfach zu, wie ich da hinkomme. Nochmal. Nächster Ball wird's. Mal schauen. So, wir machen exakt das gleiche. Einfach nochmal. Eva, du bist dein Claptifux. Achtung, 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 Achtung. Wieso bin ich zuerst dran? Wieso benutzt du keinen Hyperball? Ist das einfach die Challenge? Was musst du sagen? Du schaust doch zu. Findest du es einfach? Ich find's einfach. Wie heißt nochmal die Seite, wo man sehen kann, was man alles für den Origin Decks benötigt? Ähm. Poke Wiki. Aber, äh. Dafür gibt's keine Seite. Aber du kannst einfach das nehmen, was ich nehme. Ausrufe bezeichnen Origin Decks, wie's da oben steht. Aber das ist einfach nur eine Seite, wo alle Pokémon aufgelistet sind. Das hat nix damit zu tun. Aber da siehst du einfach jedes Pokémon, das es gibt, das du abkreuzen kannst. Ah, so. Und jetzt machen wir... Ein Knirscher. Und noch ein Knirscher. Hätte ich Drachenpuls machen sollen? Ne, zwei Knirscher. Warum das überlebst du? Gerade so überlebst du das. Hast du das vorhin nicht überlebt? Nein? Hä? Habe ich letztes Mal Drachenpuls gemacht? Was habe ich? Drachenklaue? Ich glaube ich habe Drachenklaue gemacht letztes Mal. Verdammt. Was kann ich denn jetzt? Ich glaube, wenn ich eine Kampfattacke mache, dann ist es tot. Äh. Feuersturm. Ich mache Funkenflug. Das sollte es überleben. Oder? Ja. Wenn ich überlebe, komm auf Funkenflug. Du überlebst es. Okay, nice. War sogar ein Volltreffer. Okay. So, ich glaube ich kriege 10 Bälle drauf. Mehr kriege ich glaube ich nicht. Nummer 16. Wer hat gesagt nix dabei? Du hattest nicht recht. 17. Hallo Kadoku. 18. Komm, wir sind bei 4,7%. 19. 19. Alle die gesagt haben bis 19. Nope. Das kann mich doch nicht umbringen. Hallo Kaligo. Weil 19 wird es. Ich glaube nicht. 20. 21. 20. 21. 21. 22 Jurem, was ist denn los? Ball 1 und Ball 16 waren bisher die Knappen, hallo Marco, hallo Phil, Ball 26 schon wieder, 26 hatten wir bei Cobalium, wir haben Glück, 25, wir haben Glück, er ist dumm, 26 27 25 Musikwechsel Musikwechsel 28 Das ist es, oh! Der dritte, dritte Wackler Anne, du bist ein Volli 29, letzte Chance für euch Happens, du kannst die Vorhersage auflösen, keiner gewinnt und jetzt machen wir die nächste Fuhre, ihr wisst 31, 31 bis 39, 41 bis und so weiter Keiner gewinnt Mensch, Mensch, Mensch 30 Wirf erstmal die 30 Ja, ist dir egal Wondert Wondert eh keiner Das war die 30 Jetzt muss ich warten Abstimmung läuft, stimmt neu ab Sagt ihr die 30er, 40er oder 50er werden's Was glaubt ihr? Was glaubt ihr 30er, 40er oder 50er Würfe? So lang werfe ich natürlich nicht weiter Findet ihr die Legend Musik von Gen 5 ist am schwächsten von den ersten 5 Gens? Yep Ich versteh bisher auch nicht, warum die Leute die Gen 5 Musik so gut finden Ich hab bisher kein Lied gehabt, wo ich sag Banger Hallo Jaden Was glaubt ihr? Gen 5 overrated? Die Musik ist overrated und die Story ist overrated Oh, der Rest ist geil War die Musik in Kapu schwach? Nö, die ist geil Legends war nice, die ist auch geil Gen 5 Musik war die beste Und 3 Stimmt ab, verzockt eure Punkte, wo sind die Zocker? Gebt mir eure Punkte, sodass ich sie behalten kann und mir dann Kaffee kaufen kann davon Meeting Stream 5 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 5 6 7 What's happening? Jetzt. Wie zum Teufel verpasse ich die ganze Zeit Subs? Leute, Rudolf Mooshammer. Rest in Peace. Dankeschön für deinen allerersten Prime hier. Dankeschön. Und Real Moxon, Dankeschön auch für deinen zweiten Prime. Dankeschön. Phil, Dankeschön für 1000 Bits. Drachenkarriere, Dankeschön für drei Monate. Phil, Dankeschön für fünf Subs. Und Maxi-Teil, Dankeschön für fünf Monate Prime. Dankeschön. Phil, hier, hier ist dein, deine 1000 Bits. Danke, danke, danke. Und deine fünf Subs. Danke, 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 danke. Auf den Stapel damit. Auf den Stapel damit. Dankeschön für den Hype Train. Aber wir müssen zurück zum 31. Ball. Kann man bei der nächsten Abstimmung als vierte Option genau die Dinger machen? Nee. Wir müssen nicht echtes Glücksspiel draus machen. Sollen wir noch auf gerade und ungerade Zahlen wetten können? Und auf... Und wie oft ich ein gewisses Schimpfhaut sage dabei. Daily Sub-Goal. Oh, damn. Ich muss euch jetzt ein Shiny geben. Was passiert? Sein Face. Was sein Gesicht. Was sein Gesicht, ey. Ruhe jetzt. Stopp. Nummer 32. Hallo, Ferret. Anubis, Dankeschön für 10 Subs. Hier, hier, hier. Dankeschön, Dankeschön. Danke für 10 Subs. Du bekaufst bald eine neue Wohnung, Phil. Gönn dir, gönn dir. Nice. Ich werde aus meiner Wohnung rausgeschmissen und Phil kauft sich einfach eine neue. Nice. Nee, ist echt cool. Viel Erfolg. Nummer 33. Schnapszahl. Let's a go. No. No. Auf Shiny oder Non-Shiny wetten? Okay. Aber ich hab 13... 18. Ich hab 18 Bälle geworfen. Du ziehst auch mein neuer Monat. Gut. Oder Dödlinge. Genau, Phil. Komm hierher, kauf eine für mich und dann lebe ich da, okay? Dann darfst du auch... Monatlich einmal gratis mich muten. Für eine Minute. Das ist meine... Das ist meine Bezahlung. Jen! Was meinst du mit aktuelles YouTube-Layout? Meinst du einfach, wie YouTube aussieht? Also, dass das so rund geworden ist und das so ein Kinomodus hat oder so? Oder was meinst du? Vielen Dank, Jen, für 20 Euro. Bist du des Wahnsinns. Das ist nicht notwendig. Vielen, 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 vielen Dank. Hier ist auch dein Zettel. Jen! 20 Euro. Dankeschön. Auf den Stapel damit! Das ist vielleicht ein Donnerblitz besser. Nein. Ich mag, wie YouTube zurzeit aussieht, wenn du das mit Layout meinst. Aber ich weiß nicht, was du mit Layout meinst. Dass die Kommentare jetzt auf der rechten Seite sind. Wo sind die Kommentare auf der rechten Seite? Was? Hat sich das gerade geändert, während ich gestreamt habe? Wo sind die Kommentare auf der rechten Seite? Bei mir sind die Kommentare unter dem Video. Ich weiß nicht, was du meinst. Die Kommentare sind auf der rechten Seite. Okay, okay, noch ein Knirscher. Auf dem Smartphone, da gucke ich kein YouTube. Wo sind die da auf der rechten Seite? Wie sollen die auf dem Smartphone auf der rechten Seite sein, wenn die ganze Breite einfach Kommentare ist? Nö, auf dem Handy sind sie auch nicht auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, was ihr meint. Jetzt mache ich eine Drachenklaue. Die sollte doch nicht killen, oder? Ah, die killt vielleicht. Die eine Drachenklaue killt vielleicht. Mal wie letztes Mal einfach. Knirscher. Jetzt die Frage, heißt du Jens oder heißt du Jen? Und es ist die Nation von der Jen. Wer sagt alle R? Aber für mich ist Jen eine Sie. Weil Jen ist ein weiblicher Name, aber Jens ist ein männlicher Name. Vielleicht ist es auch Jens-Nation. Vielleicht ist es Jen-Nation. Einfach Jens? Okay, sorry. Es ist Jens. Ihr habt recht. Meint ihr den Chat bei dem Livestream? Ja, der Chat beim Livestream ist schon immer rechts gewesen. Wahrscheinlich killt Funkenflug jetzt. Okay. Nehme ich. Also hat er es nicht schon mal gesagt, dass er Jens heißt? Aber ich kann mir doch das nicht merken. Aber es haben wir so lange drüber geredet, dass ich jetzt darüber, dass ich es mir jetzt gemerkt habe. So, das läuft ganz schlecht hier. Nummer 34. Ich habe ganz viel wieder nicht vorgelesen. Was macht ihr denn gerade? Wir müssen Kyurem holen. Anubis, Dankeschön für 3000 Bits. Dankeschön, Anubis. Und Timinator, Dankeschön für zwei Sub-Gifts. Und Dankeschön für fünf Sub-Gifts, wo es hier dein Zettel ist. Vielen, vielen Dank. Was tut ihr denn gerade? Bushwalker, Dankeschön für deinen ersten Prime hier. Danke euch. Wie hoch ist die Chance? 4,7%. Ungefähr gerade. Also eigentlich ist die Chance 1 zu 20 ungefähr. Also es ist ein bisschen, wir brauchen ein bisschen zu lang. Was machst du mit den ganzen Zetteln? Die kriegt ihr zugeschickt am Ende des Jahres. Jeder, der so einen Zettel hat, die ich gerade hochgehalten habe, die werden am Ende des Jahres quasi verschickt als Andenken. Nicht die Pokémon. Du kriegst nicht dein Celebi. Nein, es ist orange, oder? Da ist schlechter die Chance. Äh, kaum. Habe ich vorhin gezeigt. Die Chance ist, anstatt 4,7 ist sie 4,65. 35. Es hat die gleiche Catchrate. Und, ah ne, es kommt darauf an, welches Zekrom und Reshiram du meinst, aber nee, stimmt. Aber es hat die gleiche Catchrate wie alle anderen Legis. 36. Außerdem ist das, ich finde es allgemein blöd, dass die Catchrate so gut ist von Qrem. Ich fände es viel cooler, wenn die Catchrate 0,4% ist wie in Gen 3. Ich finde es viel zu einfach hier. Ich finde es viel zu einfach hier. Aber es killt mich halt einfach. Aber es killt mich halt einfach. 37. 38. 38. Wir haben ganze 5 Bälle geworfen Hey, cool Oder wie viel? Doch, 5 glaube ich Bushwalker, du bist ein Hopspross wird zu Popunga wird zu Hopspross wird zu Hobelupf Hobelupf Und Pontinus, dankeschön Celebi Army Rise Up Dankeschön für deinen zweiten Prime Nochmal Ich glaube diesmal Lass ich einfach Skalabra besiegen Und dann macht Rabigator Drachenklaue So habe ich das erstmal gemacht Und so war es am besten Ich darf mit Skalabra einfach keine Attacke machen Ich meine Küran Äh, ich meine Zaplaran meine ich Aber ich Ja, ich kann einfach nochmal Donnerwelle machen Kill mich Oder ein Ein Knirsch hätte ich machen sollen Egal Das war Heppens Das war Maori Ja, ein Knirscher Jetzt traue ich mich nicht Knirscher zu machen Rabigator Knirscher ist zu stark Komm, fuck it Ich mache eine Matschbombe Matschbombe ist doch schlecht Gegen Stahl Er ist kein Stahl Nicht blöd? Egal, das sollte aber nicht killen Okay Ist sogar zu gut Aber zu schlecht Stopp Wir machen noch eine Matschbombe Krass, dass ich schneller bin Als Küran Oh Gott, das ist der Vortreffer Okay, besser geht's nicht Jetzt sind wir bei 4,7% Exakt Oder 4,68 oder sowas 39 Eure letzte Chance Für die Einser Nope Nope, nope, nope Dann kommt jetzt ein Nuller Die 40 Jetzt haben die Zweier ihre Chance 41 bis 49 Nope, nope, nope Du bist jetzt hier komisch Und nicht mehr auf YouTube Das geht gar nicht Die Lilanes Sorgt für Ruhe im Herzen 43 Das ist er Eyo 43 43 Die Zweier haben gewonnen Wie war der Schnitt? Was hat die Wie heißt die Rate gesagt? Kriegt ihr ordentlich Ordentlich Kohle? Mauri Du bist ein Phandra Schönes Q-Ram Das ist nicht weiblich Oder so, oder? Gehen wir jetzt zur Victini Oder machen wir zuerst Ramoth Wie viele Punkte habt ihr gekriegt? Rip meine Points Wer hat die meisten Punkte verloren? Wer hat die meisten Punkte gekriegt? Die Zocker hier Ah, Ramoth Wir sind gerade im Level 70 Hype Okay, Ramoth Sollte beim alten Palast sein Da kann man aber nicht hinfliegen Du hast 16.000 verloren Du hast 16.000 gekriegt Du hast 12.000 verloren Du hast 1.000 Punkte bekommen Verdreifacht Also hast du 30 gekriegt Bei so dubiosen Glücksspielen machst du nicht mit? Ja Gefährlich Wie wird das gerechnet? Äh, ganz normal Also Quasi die Leute wetten Also die Leute geben all das, was sie wetten In einen Topf rein Und die, die dann gewinnen Kriegen All die, die nicht gewonnen haben Durch die Anzahl an Leute, die gewonnen haben Zurück Also wenn insgesamt 1.000 Also du kriegst deinen Betrag Wenn du gewinnst, kriegst du deinen Betrag zurück Plus das, was alles verloren wurde Geteilt durch die Leute halt, ganz normal Also sagen wir 1.000 ist im Pot drin Und 10 Leute gewinnen Dann gehen die 1.000 durch 10 Das heißt, jeder kriegt 100 Der gewonnen hat Und alle anderen Kriegen einfach nicht zurück, was sie gesetzt haben Lass uns schnell Kyurem anschauen Das wäre jetzt wunderschön, wenn ich Aber eigentlich sind es keine Legis Die ein Geschlecht haben können Ein monnlich-männliches Boreos Ein wunderschönes Kyurem, Reshiram, Kobalium, Veridium, Terrakium Fehlt nur noch Ramoth, was kein Legi ist Aber wir haben jetzt genau genommen alle Legis Natürlich können wir Victini uns noch selber fangen Maxi-Teil, du bist ein Tauboss Du hast 32 bekommen Husky Warum hast du so wenig gesetzt? Letzte Mal alles gesetzt Saftiger Gewinn Saftiger Gewinn Ist 9,9999 Pokedollar im BDSP das Maximum? Wahrscheinlich Hast du die Genies schon? Den einen Genie habe ich hier Mehr gibt es nicht Hier gerade im Moment Und wenn wir die dann alle haben Dann geht es an die versteckten Fähigkeiten Und sonst Es wird dann auch noch lustig Habe ich keinen Superschutz mehr Da sind alle Superschütze weg Das ist jetzt zum Top-Schutz Okay Ich habe ja nur 82 Top-Schütze Und Tiergeister Die sind im Pokeradar Da müssen wir dann Pokeradar spielen Kommt aber wahrscheinlich alles Ich schätze mal, dass wir nächste Woche Vielleicht schon diese Woche Fertig sind mit Schwarz Dann kommt Weiß Beziehungsweise dann würde ich Traumradar machen Dann würde ich wahrscheinlich Für mich selber Weiß Die ganze Zeit spielen Das muss ich aber nicht streamen Außer da ist irgendwas Außer halt Legis Und dann machen wir zusammen Weiß oder Schwarz 2 Warte mal, ich habe da einen Schutz an Und ich muss noch Hier Hier ist auch ein versteckte Fähigkeiten Mon Jetzt gehen wir erstmal Kann ich jetzt hier lang? Ich glaube hier kann ich jetzt durch Wie viele Pokémon fehlen dir noch? Ich kann mal kurz abkreuzen Ich weiß nicht, wie viele mir noch fehlen Zu viele, um es nachzählen zu können Wir haben heute Kyurem gefangen Und das war's Also siehst du All die schwarzen Lücken fehlen mir noch Das sind Pokémon, die exklusiv sind Oder die versteckte Fähigkeiten haben Die wir woanders fangen müssen Aber wir haben mehr als die Hälfte Aber die besonderen haben wir alle noch nicht Wirst du mal nach wie nach dem Monat weitermachen? Definitiv Nein Die da kann ich doch jetzt anreden, oder? Und dann haben die die versteckte Fähigkeit Das machen wir aber noch nicht Irgendwas Sagt sie jetzt, Ramoth Hallo Leo Ja, 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 ja Die Statuen? Bei diesen Pokémon-Statuen Heilt es sich hier in Wirklichkeit Um echte Pokémon Genauer gesagt um Flampivian Sie befinden sich in einer Art Trance Und sind regellich zu Stein erstarrt Meine Berechnungsfolge beträgt ihr Alter gut Und gern 2500 Jahre Ungefähr zu dieser Zeit Muss es sich auch zugetragen haben Dass sie in ihrem Dämmerzustand verfallen sind Das zeigt sich also in etwa mit der Epoche Als die Tivilisation Und na 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 Ich weiß sogar, womit man sie aufwecken kann Nämlich mit diesen Wutkeksen hier Und daher gebe ich dir auch gleich einen Das machen wir irgendwann später Du brauchst Wutkekse dafür? Dankeschön Hätte ich kaum ohne dich rausgefunden, Mr. Savage Bitte erzähl mir mehr Leute, warum, warum Warum müsst ihr immer, immer rein spoilern? Ist nicht schlimm, ne? In anderen Chats würdet ihr jetzt gebannt sein Natürlich, selbstverständlich Aber ich bin ja ein gnädiger Gott Du brauchst Wutkekse Hier hast du einen Wutkeks Ach, danke Äh, das machen wir nochmal Gott Ich bin doch nur kurz auf B gekommen Was ist eigentlich die Chance, dann Ramos zu fangen? Muss ich gleich mal gucken Ich kann ja nicht legit sein Vielleicht muss ich hier rein Ich glaube, ich muss hier rein Ich will das Item Auch wenn es wahrscheinlich falsch ist Oh, Sonnenstein Um Pokémon zu fangen, brauchst du Pokébälle Hör auf zu spoilern Warte, hier war ich, ne? Ne, jetzt kann nicht sein, dass ich hier war Aber wir sind falsch Alles für einen Sonnenstein Ich komme komplett nochmal von vorne Alter Alter Ramos Ist hier, Falter Alter Pudox Was ist passiert? Was ist passiert? Ramos muss doch einfacher sein Als Seekrom Um dir deine Laune zu vermiesen Um dir deine Laune nicht zu vermiesen Musst du aufhören, den Chat zu lesen Aber manch Ich bin doch vom B runter Aber manchmal seid ihr eher lustig Was heißt Keck W Das heißt Das ist koreanisch für LOL Nur noch mit einem W dahinter Was Winning bedeutet Also Wir lachen Und gewinnen dabei Hier, Niklas, schau Du hast nur ein Plugin nicht installiert Und ich komme nicht bis dahin Verdammt Wie komme ich denn da hin? Macht mal Keck Ws Die müssen hoch Ich sehe keine Spamt mal kurz Keck Ws Danke, danke Mehr 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 Okay, jetzt sind wir da Das hier sind Keck Ws Du hast nur kein Plugin Du siehst die nicht Benutzt Seven TV Franker Face Oder Better Twitch TV Um E-Modes angezeigt zu kriegen Das ist Keck W Weißt du? Lachen Haha Aber so ein dreckiges Lachen So ein Panzerknacker Lachen So ein Oder ein Ich kann seine Lache nicht nachmachen Rest in Peace Das geht nicht Nee Nee Ich versuch's nicht Ich hab's versucht Es ist gescheitert Nee Mit der Handy hab's über die auch nicht Korrekt Weil es ist ja ein Twitch Emote Es ist ja kein Twitch Emote Du musst halt Du darfst halt Keinen Chat von Twitch benutzen Du musst einen anderen Chat benutzen So Ich würde jetzt nicht sagen Dass unser Keck W sich anhört wie ein Krok Nee Twitch App hat es nicht Nee Okay wir sind da Wir sind da Wir sind da Was ist hier Hier war doch Story Oder Da geht's zurück Bye Prani Halt Oh mein Gott Was ist hier Moment hier war ich Aber glaub ich Tun die mir was Nein Wird der jetzt gefressen Von Mothra Das wär so geil Oh Konfront Konfrontal Gibt die Plugins Nicht mittlerweile Auch für die App Nee Weil du kannst ja Kein Plugin installieren Auf eine Twitch App Also Twitch würde Diese Plugins Niemals zulassen Weil da Emotes dabei sind Die sehr Na ja Gegen Twitch Richtlinien Verstoßen Nicht sehr Aber so An daran Grenzen Deswegen Ich glaub nicht Dass die jemals Die zulassen werden Offiziell Deswegen wirst du Immer Plugins Verwenden Du kannst ja kein Plugin auf eine App Drauf machen Du musst halt Einen anderen Twitch Chat App Benutzen Äh Ich weiß nicht Ich hab ich Wenn ich auf dem Handy Also man kann halt nicht Auf dem Handy gucken Und gleichzeitig Einen coolen Chat haben Wenn dann muss man Auf dem Fernseher gucken Und dann auf dem Fernseher Hat man auch keine Plugins Natürlich Und dann benutze ich Denk Chat Denk Chat zeigt die Emotes Aber auf der App gucken Und gleichzeitig Richtige Emotes sehen Das ist glaub ich Unmöglich Ihr müsst hier halt einfach Ihr müsst das Wort lesen Und dann in eurem Kopf Wird es umgeformt Im Emote Das geht also man kann da irgendwie was davor schalten Dass dann die Plugins in der App funktionieren Krass Damit kenne ich mich nicht aus Komm hier Mons Gibt es hier Bilder Jetzt reicht es aber hier Was ist denn das für einen Raum Unnützige Räume Oder sind das Ist das jetzt ein Kann es sein Dass es so ein Unendlich Raum ist So eine Mario 64 Unendliche Treppe Muss ich hier jetzt BLJs machen Zapplerrang ist so langsam Muss ich irgendwas machen Oder sind das wirklich einfach so viele Räume Kann auch nicht sein Soll ich zurückgehen Ich glaub das sind einfach nur so viele Okay Es sind einfach nur vier Räume hintereinander Die exakt gleich aussehen Sehr gut Zu verwirren Was ist das hier für ein sinnloses Unterfangen Es ist nicht sinnlos Aber warum lassen die Stellen die sich nicht einfach Warum ist da nicht einfach jetzt ein Ramos Dann eine riesig lange Treppe Die nach draußen führt Sind wir jetzt auf dem Palast oben drauf Aber wir sind doch unter der Erde Wir können nicht oben auf einem Palast sein Wenn wir unter der Erde sind Muss nach unten Das merke ich jetzt auch Weil das hier ist der Anfang Okay Ey wir haben Erdbeben Sandwich Katze Dankeschön Für sieben Monate Danke Aber hier gibt's kein unten Oh Okay bin ich irgendwo falsch War da jetzt einfach Ein so ein Team Plasma Typ den ich besiegt habe Bin ich jetzt nur hier lang Wegen einem Team Team Plasma Oh hier Oh Leute ihr müsst mir nicht sagen Wo ich lang muss Ich entdecke das Spiel Was ist so schwer für euch Einfach die Klappe zu halten Jetzt runter Jetzt rechts Ihr wisst dass ihr auch Ein Delay hat Ihr könnt mir keine Ihr könnt mir nicht sagen Wohin Oh da ist noch einer Okay Verschwinde Viridius Viridus Jetzt Fluchtseil Es ist Professor Wie heißt er nochmal Wie heißt er nochmal La Belle Genau La Belle La Belle Bist du eigentlich Der Vater von Belle Ne wär dumm Belle La Belle La Belle Belle La Belle Das ist Was für ein cooles Pokémon Eins meiner Lieblingen Auch wenn ich Motten und jegliche Insekten hasse Aber Ramoth Vor allem in New Pokémon Snap sieht Ramoth Echt Geil aus Es ist den 5 Pokémon in Abstand Und das sagt JJ Der ungefähr 2 Pokémon mag In Gen 5 Wir haben Bales Vater doch schon gesehen Ihr habt ihn gesehen Aber Ich guck nicht immer hin Wenn ich spiele Ramoth ist eines der besten Designs Ja Und Ich guck jetzt einmal Die Fangrate Wenn es eine Legi Fangrate hat Was ich nicht glaube Dann machen wir wieder Eine Vorhersage Aber Wie war das Vol Corona 15% Also dafür Machen wir keine Vorhersage Dafür Blenden wir noch nicht Mal einen Counter Ein Jetzt brauche ich Irgendwie 100 Oder so Warum ist hier Eigentlich alles So verspult Gerade Warte mal Was ist das da Oben Ich habe das Ausgeblendet Aus Versehen So Brauche ich 100 Bälle Wir zählen trotzdem mit Aber ich glaube nicht Dass wir Ernsthaft zählen sollten Ähm Mal schauen Vielleicht besiegt es mich ja auch Vielleicht macht es mich super fertig Als nächstes dann Victini Ja Phil Kannst du es nicht abwarten Dann endlich Victini Was dann Was soll ich dann machen Versteht es dich Warum sich Irgendwie wo Erst ab Level 59 entwickelt Vielleicht weil es einfach Ein cooles Starkes Pokémon ist Es ist männlich Wer hat vorhin gesagt Ramoth kann nur Weiblich sein Fake News Ich hätte es tatsächlich vergessen Gut dass du es geschrieben hast Was ist das eigentlich Feuerkäfer Ähm Das überlebst du Das überlebst du sehr Ähm Überlebst du auch Das sehr Ja Okay Das sind das Mignivor Ei Ich habe Mignivor sogar ausgebrütet Heute Und es war ein Mädchen Das heißt wir müssen in Weiß Nochmal das Ei holen Und hoffen dass es männlich ist Jetzt kommt ein Volltreffer Und es ist tot Stopp Was war das für eine Krasse Attacke Was war das Äh Machen wir mal Für eine Attacke Die es nicht umbringt Ah Eroass Wie wäre es damit Nein Gigasauger sollte nicht killen Aber Gigasauger ist zu schwach Es dauert zu lang Vielleicht Feuer Aber es ist auch Käfer Ähm Rabigator kann Knirscher Aber Knirscher wird es jetzt glaube ich umbringen Meistergriff kann Zermürben Aber Zermürben ist vielleicht sogar zu stark Haa Was meinte dass es jetzt nicht stirbt Ich mache Gigasauger Falte Eigen Deswegen ist es so stark Ausfringen sollte es auch nicht killen Ausfringen ist ein bisschen wie Superzahn Aber schlechter Hat es sich gerade selbst weh getan? Ach das war mein Ausfringen Ups Ich check nicht mal Welche Attacke muss Das ist aber nicht Heilung oder? Ne das ist Falte Eigen Das ist ein bisschen zu Zu gering Lädst du in nächster Zeit wieder was hoch? Du meinst ein neues YouTube Video? Nächste Woche wahrscheinlich Kommt ein neues Video Diese Woche habe ich keins Weil ich mich Komplett auf Gen 5 gerade konzentriere Aber nächste Woche habe ich ein Video Wahrscheinlich Okay Wir machen jetzt einfach so Oder soll ich einen Funkenflug probieren? Aber es ist Na nur Es sollte Wir probieren es Okay Gut Dann Zählen wir mal Falte Eigen Heißt die Attacke Sag ich doch Falte Eigen So mit Swarones Solltest du jetzt aber ein paar Probleme haben Komm ich mach trotzdem einen Counter Nummer 1 Nix wird hier gewonshottet Ich bin ein krasser Schwan Ich esse Motten zum Abendessen Also die Wahrscheinlichkeit ist gerade bei 15% Das heißt es sollte Keine 10 Bälle dauern Aber Wo ist meine Wette? Hallo? Welche Wette? Okay Swarones hat doch nicht überlebt Aber wir haben noch ein paar Wir haben noch ein paar Ist das so ein legendäres wie Arkane Oder was ist darin besonders? So einfach ein cooles Ding Lass doch einfach ein cooles Pokémon Ein cooles Pokémon sein Warum muss es denn gleich ein Legi sein? Ich fände es ist viel zu wenig Gibt es sowas So coole Situationen mit coolen Pokémon Normalerweise ist es ein Typ 0 Was nicht wie ein Legi aussieht Und es ist ein Legi Und dann hast du so ein Typ 0 Was ein Legi ist Und du kriegst es einfach geschenkt Hier ist es wenigstens ein cooles Pokémon Mit einem hohen Level Das ist schwer Das ist nicht wirklich schwer zu finden Aber Es ist wenigstens etwas Hallo Domi Kann man das Rahmen aus Shiny handen? Du kannst bis Äh Aber bei Gen 5 Hat es erst den ersten Shiny Lock Mit den Legis Aber ja Du kannst alles hier Shiny handen Außer Die Außer Äh Victini Sehr kraum An Regi haben War das nicht viel? Ich los war 4 5 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 es ist nicht schwer zu fangen aber es kann dir auch sehr stark auf die mütze hauen ja schaut wie viele bälle ich werfen kann beim nächsten mal weiß ich auch welche attacken ich machen kann direkt ich musste jetzt austesten die tini ist handbar soweit ich weiß was willst du machen was was redest du mit tini ist buchstäblich das erste schein das geschein gelockt wurde was meinst du hast du schon die ritter der redlichkeit gefangen ja erst dann es war 22 26 bälle dann 63 bälle und dann 99 bälle sieben das gibt es nicht in shiny ja weil shiny lockt ist der bikini war der anfang vom ende genau tatsächlich nummer 0 nummer 0 im pokédex ist geschein gelockt wobei wahrscheinlich zeitlich gesehen vom pokédex her ist es mit tini das allererste was geschein gelockt ist jemals von von vom zeitlichen her shiny lockt ist wahrscheinlich sekrom und regieram die ersten die geschein gelockt wurden weil ich glaube zu dem ist man zeitlich zuerst gekommen bevor jemals viktini veröffentlicht wurde weil ich weiß nicht wann viktini aber das spiel musste zuerst rauskommen bevor viktini eingeführt werden konnte im pokédex ist viktinis erste neun ja ich hasse es dass viktini nummer 0 ist ich finde es so dumm es macht mich es ist so schrecklich dass viktini nummer 0 ist also wirklich das ist so wie warum warum müssen die das gleiche hätten sie auch für mannaffi dann machen können weil mannaffi gab es in ranger und ranger ist ein gen 3 spiel mannaffi hätten sie auch einfach als 0 dann nehmen können und dann kommt auf einmal viktini aber viktini wurde noch nicht mal in gen 4 eingeführt sondern in gen 5 glaube ich es ist so es tut weh meinem inneren monk tut das so weh es wird erklärt wenn du es hast okay dann lese ich vielleicht später mal den text wenn wir da sind so zapplerang zuerst das war okay donnerwelle und dann kein donnerblitz suri sur warum sagt es suri sur den pass gab es zum start der edition okay also gab es also hätte man zeitlich gesehen viktini und zack rom und reschiram das heißt viktini kann man eigentlich wirklich zuerst kriegen das viktini ist in allen ansichten das allererste shiny locked pokémon trotzdem ist null dumm haben sie einen kleinen spaß erlaubt hahaha das nullte pokémon aber gut ich werde später lesen was sie sagen wenn viktini kommt und dann stopp oh mein gott überlebe gott sei denn viktini geht zum dritten orden krieg noch ein knirscher was hatte ich dann für eine attacke gemacht die tatsächlich gut war womit habe ich ihm wehgetan mit wem was mit was habe ich ihm wehgetan soll ich einfach drachenklaue machen wieder ich glaube ich hatte ihm mit zapplerang wehgetan eine zeit lang das war und es kehlten glaube ich wahrscheinlich nicht ich mach mal drachenklaue du siehst aber schon dass das ramoth weiblich ist selbstverständlich sehe ich das was meinst du natürlich deswegen habe ich ja gerade resettet alle anderen sind gerade richtig pisst auf phil phil hat gerade auf youtube geschrieben du siehst aber schon dass das ramoth weiblich ist und alle anderen dachten sich ja geiler clip er fängt jetzt das ramoth und dann fällt ihm auf dass es weiblich ist beste chance bester moment und dann kommt phil macht es kaputt ich sehe hier nichts schlechtes oh phil auf twitch hier nehmen sie dich auseinander alle schreiben phil du drecksack warum hast du einen guten clip kaputt gemacht phil lösch dich du solltest sehen wie dich alle hier hassen käfergeworben so oh nein was warum ist käfergeworben so stark ich weiß es ist eine starke käfer danke trotzdem ich bin zapplerang man der der krasse schwächenlose pral schon einer sagt sogar phil du unratetox wie kannst du nur guck mal schreiben die meinen namen wenigstens richtig nee das ist doppelt mies die schreiben auch noch deinen namen alle falsch Leute phil schreibt man mit phyl phil schreibt man mit y raroth hat nämlich schon spruch vorbereitet gehabt wenn ich ihn fange du weißt schon dass es weiblich ist wenigstens hoffe ich hoffe du hättest es wenigstens erst geschrieben bevor ich speichere und nicht danach dort hätte ich mich gehasst phil du mit dem dämonitox schau jetzt hat jemand dich richtig geschrieben phyl jetzt lege ich beide parteien rein troll der trollgott ich so äh knirre shit stopp alter alles krass stark folter eigen so jetzt macht der rabbi noch einen knirscher und dann ist doch alles okay oder so macht man das alles kalkuliert in meinem kopf die ivs und evs miteinander multipliziert und geteilt und ein algorithmus und oh mein gott ja nummer zählen falter eigen dem falter sein eigen ganz genau so daher kommt doch der name von der attacke oder das ist ein falter und falter eigen ist die attacke ist gehört dem falter hallo 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 du bist ne motte chill falter eigen kannst du neigen hallo das heißt falter reigen okay geht mal zurück in die schule 12 hast du die genie schon ich habe borreos ja mehr kann ich noch nicht haben und jetzt gehen wir zu ihr habt es alle gewusst film mit y hat es verlangt seit stunden jetzt suchen wir uns ein flap der rix leute wo kriege ich flap der rix in schwarz das ist nicht irgendeine motte sondern eine chernobyl motte auf anabolika und ich liebe sie soweit ich weiß ist anabolika nicht ansteckend deswegen kann ich mit der motte spielen wie ich will äh ich habe keine ahnung wo dieser garten ist von dem ihr immer redet grundwasser traum brache p2 labor bucht von ondula schreien der ernte riesen grotte tiefkühl container freiheitsgarten hier wahrscheinlich gibt es da ein schiff da gibt es ein schiff da gibt es ein schiff und ich habe jetzt den garten pass und das schiff bringt mich jetzt zum garten weil ich habe den garten pass multipass mila jovovic ich bin quasi mila jovovic mit dem garten pass dün 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 schau musst du in die hafenstadt und das schiff ganz links habe ich gefragt did i ask nein aber wie immer ihr habt trotzdem eine antwort parat so ich speichere mal erstens seit tagen zweitens fail und drittens galapafloss ich dachte jetzt kommt viktini ich hab dich reingelegt jetzt geht er weiter links phil du bist ein hooper hallo so viele hände was man mit denen alles machen könnte so viele ds gleichzeitig spielen möchtest du gleich zum freiheitsgarten ja ich glaube das ding ist auf level 5 oder sowas gell das ist der perfekte moment auf dem schiff zu checken was die catchrate von viktini ist catchrate von viktini ist 5 prozent im roten bereich und paralysiert das heißt es ist tatsächlich wie ein leggi 1,5 prozent 1,5 prozent roter bereich 3,4 prozent 3,5 prozent paralysiert 4,7 prozent am schlafen 6,9 prozent 7 prozent wenn schläft warte ich könnte ich könnte mein guck mal da nehmen ich glaube es ist level 5 oder sowas level 30 ich glaube ich nehme mein guck mal da ich meine wofür haben wir guck mal da gemacht aber es ist so viel angenehmer ich mag donnerwelle so viel lieber wir machen donnerwelle das heißt ich sage euch ich versuche wieder roter bereich paralysiert 4,7 prozent wieder 4,6 prozent 4,5 prozent also alles so im unteren fünftel unteren viertel ist alles so 4,4 4,3 4,6 4,7 und wir machen wieder eine vorhersage was ist denn das hier ich dachte ich bin hier alleine der freiheitspass wird aber auch jedem gegeben oder jedem pleb hier wird ein freiheitspass gegeben na gut diese taugenichts haben die gesamte inseln ihre gewalt gebracht wie ist jetzt hier story oder was da will man einfach ein mystisches pokémon fangen dann muss man erstmal irgendwie deine plasma story wieder spielen ach nö hast du keldeo schon keldeo habe ich auch noch nicht aber mein keldeo ist doch einfach nur keldeo kann ich doch nicht fangen oder wenn ich es mir am anfang hole ist es 15 ah ok vorhin hat schon mal jemand who is that pokemon gemacht und ich habe nicht drauf geklickt ne vor 47 minuten Mr. Savage bist du noch da du bist noch da Mr. Savage möchtest du dein who is that pokemon ja ok ok was ist das es ist sogar nicht so einfach ein schwertfisch ähm hey was ist das schuppet was wegfliegt hey was ist das Carpador was nach oben springt Mimigma Mimigma würde aber nicht schweben sondern dastehen Celebi wo ist denn das Celebi hallo Meli hallo 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 was ist das Durengard oh ich glaube wenn dann Grammokles Durengard ist glaube ich mittig ist so es ist es ist halt schräg Alola Punita Endinalos Flabebe Barschwa eine Gitarre Goldking ich habe echt keine Ahnung aber Alola Gitarre wie wäre es mit Galagitarre dann ist es Dingsbums es ist es ist Düsselchür 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 Schau und ihr wollt Pokémon Fans sein Düsselchür ok noch eins wer hat das gesagt Dödlinge Dödlinge wisst es Kaktus Kaktus Kaktor aus Final Fantasy das Flabebe das könnte Flabebe sein ja mit der Blume Sepa oh das ist ein Düsselgur ich kann nicht versprechen dass es stimmt aber es kann manchmal sehr schwierig sein weil Pixel halt sich ja die gehen halt dahin oder dahin Lothurzel Weiterentwicklung äh Lothurzel wird zu Samurzel ne Flabebe Remorade Galaschnudder es ist Flabebebe oder Floett ich weiß was es ist oh mein Gott jetzt seh ich's ich sag's euch nicht doch ich sag's euch aber in dem Moment wo ich drauf drücke das meine lieben Leute ist Paragoni fuck komm es sah aus wie ein Paragoni die beiden Hörner Paragoni Morabel ja das ist mal gemein Morabel ist gemein das auch gemein komm wir machen jetzt so lange bis es offensichtlich ist dass ihr seht dass es sehr wohl stimmt schau das ist eindeutig das muss jetzt jeder eintönig hier sagen einstimmig eintönig beides sichlor sichlor der erste der nichts sichlor sagt wird gebannt sichlor sichlor ein x okay lass ich durchgehen sichlor 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 Quajutsu Mariko Later Necto JJ Pioni setzt das drauf an das ist natürlich Chirox Das ist ein Cichlor okay Happens but Mariko okay hey Phil du hast eine Fusion gemacht von 6 und 235 also Glurak das Glurak hat ein süßes kleines Mützchen auf das Glurak hat eine Mütze auf es ist ein es ist ein kleiner Künstler es hat zu lange Urlaub in Paris gemacht und steht jetzt am Eiffelturm mit einer Stafette und macht Stafette hahaha und malt an der Stafette mit seinem Feuer und dann fackelt auf einmal seine Stafette ab und er wundert sich vielleicht bin ich doch nicht dafür auserkoren ein Künstler zu sein wie Verbiegel Malt so mit seinem Feuerschwanz und alles verbrennt Glürak genau das ist Glürak 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 Staffelei Staffette Hä 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 was ist da eine Stafette ach Stafette ist dieses egal ja gut Staffelei Staffette muss ich die jetzt echt hier besiegen das ist ein Legends Set das ist Glurak Z Mega Glurak Z habt ihr gerade gesehen ein offizieller Leak Du konntest nicht lachen ja ich habe gesagt wenn jemand nicht das sagt was alle anderen sagen wirst du gebannt und du hast es du hast nichts sichlor gesagt warum hast du denn Quajutsu gesagt wo war das denn ein Quajutsu wir sind Level 18 das ist ja traurig wie passt das Lore technisch jetzt hier rein dass hier jetzt dass hier jetzt ein dass hier Plasma ist ist da nicht nach sich Lore aus ich meine es wäre sehr lustig gewesen wenn es Quajutsu gewesen wäre was hast du denn für eine für eine Kurzsichtigkeit oh mein Gott ich darf die Brücke nicht verlassen ich weine wo ist mein Victini Phil wartet schon so lange auf das Victini seit Tagen schreibt er mich privat an und sagt wo ist das Victini Leo wann holst du es endlich Fühl äh ja ich glaube das schaffe ich das wird glaube ich gleich erklärt wird aber schwierig für mich weil ich klicke doch alle Texte weg ich werde nie erfahren warum sie hier sind verdammt könnt ihr nicht so eine 16 FPS Cutscene jetzt einbauen wo es mir cinematographisch 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 erklärt warum die jetzt hier sind und der mich nicht darüber lässt vielleicht deswegen ist er kurzsichtig damit ich nicht darüber kann was ist mit dir was gaffst du mich so an Paco du bist ein Celebi Coplosio 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 gibt es eigentlich irgendwelche Monst die du in Schwarz-Weiß 2 fangen musst äh streng genommen nein aber ich werde es machen weil manche Pokémon mit versteckten Fähigkeiten gibt es nur in Schwarz-Weiß 2 und ich will alle Pokémon mit versteckter Fähigkeit fangen und die Tiergeister die ich in Pokeradar fange kann ich nur auf Schwarz-Weiß 2 übertragen was mit Kyurem das haben wir buchstäblich vor 10 Minuten gefangen Kyurem ist nicht Schwarz-Weiß 2 das ist ganz normal Hallo du glaubst gar nicht wie erleichtert ich bin einen derart starken Trainer wie dich an meiner Seite zu haben darf ich mich im Gegenzug ein wenig um dein Pokémon Team kümmern ja nach 3 Kämpfen direkt brauchst du nämlich 3 Stück 3 Kyurem? für was? für die für die wie nennt man das eigentlich Fusion ist das eine Fusion? heißt das offiziell Fusion? das heißt irgendwie anders Fusion ne Fusion ist keine Form das ist so wie Mega ist einfach ein Kampf eine Kampf eine eine Kampf Form das ist keine Form die es tatsächlich bereiten kann ja Kyurem Black und Kyurem White ist keine Form das ist nur im Kampf sichtbar so wie ein Mega so wie auch so wie die Form zwischen Lunala und der Solgaleo die da die weniger die die Necrozma Sachen mhm das ist auch nur ne Kampf Fawn hat es einen extra Eintrag in Home ja aber den hat es wahrscheinlich hat es einen extra Eintrag in Home aber den kriegt es sobald du ein Kyurem überträgst auf Home sind alle Einträge drin Hikaru du bist ein Arzois Arzois für Hikaru denn es muss von Zeus kommen es gibt keine andere Möglichkeit dass es nicht von Zeus kommt warum sollte es nicht Zeus heißen wenn es mit C geschrieben wird du bist ein Arzois oh wenn du auf dem anderen Papierstapel auch ein Papier hast das ist sehr besonders das würde ich dir zu deinen Zetteln hinzulegen aber ich weiß nicht ob du einen Zettel hast ich lege es mal auf den großen Stapel dazu vielleicht hast du in diesem Jahr noch irgendwann einen Zettel aber Arceus ist zu besonders um es wegzuschmeißen oder? Victini wartet in so einem kleinen Zimmerchen ich dachte es auf einer schönen Wiese oder sowas Victini ist buchstäblich in so einem kleinen Zimmer derjenige dem es gelingt dieses Pokemon in seine Gewalt zu bringen wird aus jedem Pokemon Kampf den er bestreitet als Sieger hervorgehen heißt es hätte ich es mal zuerst gefangen Niederlage wäre wobei ich habe so gut wie keinen Kampf verloren Niederlage wäre für diese Pokemon somit fortan ein Fremdwort ja das mysteriöse Pokemon Victini ist wahrlich die Quelle unermesslicher Kräfte diese Geheimkammer wurde angelegt um Victini von der Außenwelt abzuschotten vor ungefähr 200 Jahren erwarb ein sehr reicher Mann die gesamte Insel und sperrte Victini eben in diese Kammer wie grausam seitdem gelang es niemand mehr einen Blick auf es zu erhaschen so wurde es in der Folgezeit zu einem mysteriösen Pokemon ist es der Ursprung von N ist es der Ursprung vielleicht von N dass er es hasst dass alle Pokemon haben weil es Leute gibt die tatsächlich Pokemon einsperren wir werden Victini die Freiheit schenken im Gegenzug wird es uns seine Kraft zur Verfügung stellen und uns somit ermöglichen unsere Ziele in die Tat umzusetzen und eine neunmal kluge Rotznase wie du wird uns dabei ganz gewiss nicht in die Quere kommen krass wie gemein mir wird in Home nur die normale Form angezeigt dann hat Black & White Kyurem vielleicht keinen eigenen Pokédex Eintrag Steht da 1 von 3 Interessiert mich auch wir müssen später eh nach Home weil ich euch einen Shiny schenken muss Will natürlich Wo ist seine Toilette? Wo hat es gegessen? Oh mein Gott das arme Victini ja das ist schon krass so ein süßes äh Victini muss komplett verstört sein aber freu dich ja nicht zu früh denn Victini ist ausgesprochen schwer zu handhaben du wirst doch dein blaues Wunder erleben offenbar will es deine Stärke auf die Probe stellen mach dich auf was gefasst okay wir können wieder eine Vorhersage machen die ganze Zeit was glaubt ihr wie viele Bälle brauche ich um es zu fangen 10er, 20er, 30er die Chance wie ich es versuche zu machen wieder ist um die 4,7% also 1 zu 20 ungefähr es sollte nicht mehr als 20 Bälle brauchen aber ihr habt ja vorhin auch die anderen gesehen 152 du warst du bist heute zum ersten Mal hier oder? 152 das 78 was los mit euch? was was habt ihr habt ihr gar kein Vertrauen in mich? 4 4 ja eben 4 das ist eine gute Zahl 1 wäre langweilig aber 152 3047 10.025 100.025 ok wenn ich mein Kyurem Weiß von Capo auf Home packen will geht es nicht da ist dann ein Schloss Symbol die Frage ist warum du ein Kyurem Weiß auf Capo hast was? das kann ja nur gecheatet sein Nightmare wie hast du ein Kyurem Weiß auf Capo wenn du es nicht achso du hast es von Home auf Capo in Capo fusioniert und dann kannst du es nicht zurück tun das stimmt ja deswegen sage ich ja es zählt nicht als Form weil du kannst es gar nicht es ist quasi eine Kampfform genau genau ok 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 ja 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 Thomas du bist ein Latias und LP du bist ein Wuin genau da ist es ich habe alle drei Einträge in Home ich glaube ich habe auch alle drei ist Victini Shiny Locked in Gen 5 ja das ist das erste Pokémon das jemals geshinylocked wurde Leute macht bei der Umfrage mit sie ist gleich vorbei wie viele Bälle brauche ich unter 10 20 bis 30 30 oh mein Gott es geht los aber Kirikirik Kirkiririk Chris Kirirk Klingt wie die Stadt in Serbien Kirk nee nicht serbien Kirkirik Kirkirk aber Sekrom und consists auch lockt Korrekt, aber Victini war zuerst da. Level 15. Das wird ein Problem. Ich hätte doch ich... Okay. Verdammt. Ich brauche mein... Ich brauche gar nicht weitermachen. Ich habe kein Pokémon, das dem jetzt Schaden machen kann. Ich brauche mein... Mein Dings. Mein Kuck mal da. Vielleicht Säure Speyer. Was ist das überhaupt? Normal, oder? Ist das heute eine Fee? Ciao. Hallo. Ich muss gucken, mal da holen. Wir haben keine Chance. 30 wäre vielleicht noch gegangen. Auf Level 15. Typ Feuer. Feuer, Psycho. Psycho Feuer. Ich habe geschrieben, sollst du ein Schwächeres mitnehmen? Okay. Aber wie gesagt, ich will nicht, dass ihr mir sagt, was ich zu tun habe. Immer wenn ich eine Frage stelle, sind das roterische Fragen. Rhetorische Fragen. Nimm doch Trugschlag. Was mache ich jetzt quasi? Ich nehme den schlechteren Trugschlag. Okay. Mmh. 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 Das war's für heute. ich mach zuerst und was mach ich zuerst ist egal ist egal ja du wie viele Leute dauernd gesagt haben bei Regirock warum hast du keinen Trugschlag hol dir doch Trugschlag was machst du da hol dir doch einfach Trugschlag mach doch Trugschlag ich meine sie hatten recht aber wer kann denn wissen dass ein Level 1 Regirock mich 170 180 210 ich weiß nicht mehr 210 Bälle braucht Level 1 Regigiga so wie viele Bälle hast du bei Regirock gebraucht 3 oder so ich glaube es war wirklich 3 oder aus 3 also Cover Legis sind nie schwer zu fangen also nicht mehr inzwischen ich glaube das letzte Mal dass sie schwer zu fangen waren war in Gen 2 oder ich habe gerade einen Shiny Nagelotz gefunden sehr sehr gut ok nochmal 3 auch noch nee Kai Oga und Graudon haben auch eine dreimal so gute Catch Rate wie wie zum Beispiel wie die anderen halt wie die Regis oder wie das sage ich aber auch im Video das hat irgendwie die haben irgendwie 4% und die anderen haben 0,4% und dann die Alga und Palkia ist noch krasser mit irgendwie 10% und hier sind es auch irgendwie 10% oder so Lana aus Herzhofen schenkt mir ein Eboli sagt es sei aus Joto aber laut Bericht ist es dann aus Sinnoh naja es ist ja auch aus Joto aber du kriegst es geschenkt in Sinnoh und somit erhalten in Sinnoh du hast es ja in Sinnoh bekommen machen wir zuerst Hypnose wobei ich wollte ja gar nichts ich wollte ja Donnerwelle machen egal wir machen vielleicht wird ja guck mal da besiegt dann machen wir Donnerwelle Superzahn vielleicht sollten wir auch Blitz machen ich glaube ich brauche keinen Blitz so stark ist es nicht warum hat Superzahn nicht geklappt was ist das ein Geist hello hello let's noch einmal es hat es hat es im Schlaf abgewehrt das ist das Beste wenn sowas passiert ne ich sag doch die Wortwahl ist hier schlecht mit abgewehrt fehlgeschlagen muss da stehen oder ist daneben gegangen oder nicht abgewehrt Victini hat die Attacke abgewehrt im Schlaf mein Superzahn doch oh okay Moment das war happens eins was ist eigentlich für Musik ist keine Victini Musik es ist ist das Kyuremusik ne ist einfach die Legi Musik ne ne aber die Legi Musik war anders oh es schläft nicht mehr verdammt 2 ach stimmt das ist die Musik die langsamer und schneller wird ja Kyurem hat eine eigene Musik gekriegt und die anderen sind einfach Legi Musik es ist die Chance glaube ich sogar fast 7% bald schläft ich habe euch voll mit gescamed jetzt Kyurem hat dieselbe wie Reshiram und Sekrom Musik achso das kann sein Moment das war 3 das ist 4 hallo Gaber Toad Feuer Psycho auch interessante Kombi für ein mystisches das ist irgendwie das sollte es irgendwie das Gegenteil von Manafi sein guck mal da was tust du denn da tu es jawohl 5 wer hat 5 gesagt du hast nicht recht 6 7 8 6 8 8 8 9 9 10 10 11 11 13 15 neun letzte chance für die 1er ich habe meine sportsachen für sport hinterricht heute vergessen tomco erzähl mir mehr als hypnose 10 bitte bitte 10 verdammt die nullerrunde wäre es gewesen 11 7 prozent mann also schon drüber jetzt noch nicht ganz 12 12 so jetzt haben wir tatsächlich ein viktini mit meiner ot im pokéball und nicht mehr im jubelball hatte etwas gesagt oh mein gott hello habe ich jetzt die norm verpasst in den zwei textfeldern wo ist die lore wo ist die lore warum ist das erste pokémon ist also wegen 200 jahren das vor 200 jahren schon eingesperrt wurde trotzdem ist die 0 blöd es kann trotzdem mystisches pokémon auf nummer 378 sein keine ahnung jenes mysteriöse pokémon dessen kleiner körper unmengen an energie aussendet menschen oder pokémon die mit ihm in berührung kommen haben anteil an dieser besonderen energie und gelangen so in den besitz unvorstellbarer kräfte humbug diese hinterhältigen schurken hatten es zweifelsohne darauf abgesehen sich die besagten kräfte zunutze zu machen alles fanatiker ich bin mir sicher dass die unterirdische kammer einzig zu dem zweck angelegt wurde viktini vor derlei unholden zu beschützen es war gewiss nicht die beste lösung es einzusperren aber dank der leo ist es den gaunern von team plasma nicht gelungen viktini für ihre niederen ziele zu missbrauchen und obendrein hast du ihm so auch eine neue aufgabe beschert mit dem umstand dass viktini als einzigen pokémon die ehre zuteil wurde die null da ist es mit dem umstand dass viktini als einzigen pokémon die ehre zuteil wurde die null als nummer im pokédex zu führen verbindet sich die hoffnung es möge jedem trainer im besitz des pokédex zum sieg verhelfen so habe ich es zumindest gehört das habe ich zumindest auf tik tok gehört okay es wird tatsächlich anerkannt dass es auf nummer null ist trotzdem blöd ok aber eine sache verstehe ich noch nicht ganz ach so das waren ach so das war ein schiff eine sache verstehe ich nicht ganz wir sind hier auf einer insel die eindeutig belebt ist hier sind bänke hier sind schilder da steht ein wachmann der ist vielleicht jetzt nur da hier sind menschen hier ist ein getränkeautomat ein fisch für ein schiff führt uns hin hier stehen aber doch ich komme durch und ihr wollt mir sagen dass das einzige gebäude auf dieser insel wo eindeutig ein weg ist wo eindeutig eine tür ist ein raum ist wo ein pokémon seit 200 jahren gefangen ist ohne toilette aus dieser kleine rote bucket da der sehr stinken muss und ihr wollt mir sagen dass niemand auf die idee gekommen ist in diesen raum zu gucken und zu sagen was passiert denn da obwohl das eine belebte bebaute insel ist das ist doch das doch quatsch zurück bitte das ist der fritzel effekt alter ja guter punkt guter punkt so was muss man sagen um ins youtube video zu kommen ja da hatte jemand seine motivation im keller egal nein zu böse zu böse böser olopoto böser olopoto zu dunkler humor auf jeden fall finde ich das ein bisschen seltsam aber es ist cool sie kennen erkennen zumindest an dass es nummer null ist das heißt die absicht von viktini ist tatsächlich dass man es als allererstes fängt es hat bestimmt irgendjemand geschrieben als ich angefangen habe und ich habe es überlesen oder ignoriert und dachte mir was willst du von mir aber so lore technisch heißt es also ich hätte viktini zuerst fangen sollen weil es mir glück dabei bringt den kompletten pokédex voll zu machen komm wir können es doch so hinbiegen wir können es doch so hinbiegen dass es im youtube video dann so ist also wir müssen einfach nur alle kollektiv jetzt hier die klappe halten und sagen ja 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 das war so der leo hat als allererstes viktini gefangen weil das ja so vom spiel gewollt ist müssen alle nur kollektiv jetzt auf in einer wenn jemand fragt wir halten alle zusammen snitches get stitches wir halten jetzt alle zusammen und wir haben viktini am anfang unserer reise gefangen wir haben doch gerade mit gen 5 angefangen ganz genau in stratos city also wir haben kein einziges nur viktini unseren starter und dann haben wir viktini gefangen lüge ego braucht stitches dann sind wir aber nicht besser wie tim lügen tim ja aber wir müssen ja nur fest genug dran glauben dann stimmt es ja auch dann wird es ja zur wahrheit ich weiß von nix okay gut einfach den rest löschen und nochmal anfangen stimmt alle pokémon löschen und jetzt einfach nochmal kurz vorher noch das nagelotz auf level 40 trainiert ja ja das da kann man ja machen das geht ja dauert halt ein bisschen wir haben extra gegrindet ich will viktini woanders hin tun hier ist übrigens meine das ist meine mystische box mit dem anderen viktini das sind alle mystischen verteilungen oder alle verteilungen die es gab ist geheim geschehen nur shiny metagross habe ich irgendwie nicht gekriegt ey und ich habe sekrum gekriegt wo weiß das jemand von euch ich habe sekrum gekriegt weil jedes mal wenn jetzt das geheim geschehen zu sekrum kommt sagt es hast du schon aber nirgendwo ist ein sekrum kann es sein dass ich zwar das geheim geschehen von sekrum kriegen kann aber weil ich schwarz spiele kann ich kein sekrum haben oder muss ich mir das geheim geschehen vielleicht jetzt abholen ich habe sekrum mehrmals gekriegt aber es sagt jedes mal das hast du schon kann es aber der typ ist nicht hier hier ist keiner ich dachte mir nämlich vielleicht muss ich das spiel durchspielen und dann kann ich sekrum abholen damit man halt das pokémon das exklusiv ist dass man nicht kriegt auf schwarz nicht kriegen kann es sollten beide gehen ich glaube es geht eins von beiden ah das kann natürlich sein dass wenn ich reshiram kriege dass dann sekrum kommt und sagt hast du schon weil es ist entweder reshiram oder sekrum und das was zuerst kommt zählt spiel weiß und konnte nur sekrum bekommen das kann halt echt sein dass er das er dann sagt geht nicht reshiram beziehungsweise sekrum waren editions bezogen daher geht es nicht auf schwarz sondern auf weiß und andersrum aber auch geheim geschehen auch das geheim geschenk sagt dann nee geht nicht krass 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 machst du zwei viktini und keldeo das eine viktini haben wir gerade gefangen das andere viktini kriegst du per geheim geschehen und du kriegst auch per geheim geschehen zwei keldeo das waren alles geheim geschehen also ist das normal dass ich kein sekrum habe ich dachte wo zum teufel ist dieses sekrum überall jedes mal sagt er du hast sekrum bereits das geheim geschehen geht hab sekrum auf schwarz hast du aber reshiram auch auf schwarz hast du beide per geheim geschehen gekriegt damit man ja auch das andere spiel kaufen muss es gibt ja noch andere pokémon die man sich holen müsste ok jetzt gehen wir nochmal unsere liste durch wir haben äh kein ignivore gekriegt denn es war ein mädchen und wir mögen mädchen nicht aber wir haben ein ramoth gekriegt und dann haben wir die nummer null nochmal gekriegt aber die habe ich schon abgedingst wir können jetzt noch die letzten mons holen die normal sind die wir uns ganz normal holen können und das sind die äffchen und das ist ein bisschen nervig denn die sind zu 10% im raschelnden gras im ewigen wald und alle anderen und mehr die ich trotzdem schon habe und alle anderen haben versteckte fähigkeiten wie zum beispiel na hier die rote knolle ein boot keks und ich muss ein galapper floss breeden genau alles andere hat versteckte fähigkeiten oder ist exklusiv oder ist ein ei das wir nochmal finden müssen oder 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 ok und das hier sind poke äh traumradamons ok gehen wir in den wald da nehme ich jetzt wieder aber mein guck mal da mit das haben wir schon keine mädchen erlaubt schniedeldecks natürlich sind mädchen erlaubt aber nur wenn sie anders aussehen wie das männchen knallhart hier eine äffchen kam relativ fix nachdem erst mal 8 ordoch kam das ist ja relativ fix das ist ja noch unter den odds bei 10 prozent also einfach neben gras stellen hin und her laufen und hoffen dass ein äffchen drin ist äh dann darf ich aber guck mal da nicht an erster stelle haben weil die ordochs würde ich besiegen wobei so viel xp geben die auch jetzt nicht oder außer dieser höheres level jetzt ich glaube ich werde die ordoch nicht besiegen ich glaube das lohnt sich nicht mehr die ordoch sind zu schwach außerdem brauche ich kein level ich habe jetzt echt alles gefangen was das ziel äffchen warum breeden du spielst doch nochmal black and white 2 oder willst du da nur die vf und exklusives du meinst ich kann mir galapa floss auch in black and white 2 holen meinst du das weiß ich nicht geht das ist aber ganz schön viel gras hier gibt es weniger gras die wahrscheinlichkeit dass wir das hier dass wir da hinkommen zu dem gras ist nicht so hoch kannst ein pokémon weiter schreiben ich glaube ich soll ich denn jetzt da hinkommen ich will keinen schutz jedes mal benutzen wo habt ihr die öffchen euch geholt gibt es da einen besseren platz das ist ja super anstrengend super anstrengend hier gibt es die draußen auch äh sodamack doch schutz benutzen aber ich will nicht außenbereich gibt es keine verdammt innenbereich raschendes gras 10% oh doch 65% da im wald mit wackelgras jaha ok also ich muss die hier benutzen oh man da lohnt sich aber Schutz zu kaufen weil bis das nächste kommt ist der topschutz ja ausgebraucht eigentlich sollte ich Schutz kaufen hallo jesse-chan in black and white 2 kannst du die fossilen nochmal bekommen aber ich werde nur eins von beiden spielen hallo ordach tschüss ordach hallo herr gamer hallo hallo äh symbols i'm sorry kata kata i'm sorry hello nimm dir pokémon mit schambolzen mit oh mein gott du hast so recht endlich mal jemand mit ahnung hier ich fliege ich fliege schambolzen wichtig jetzt kommt grinding beste gelegenheit um mich cringe fragen zu stellen mir am see am ende aber mit Schutz also ja dann ist ja egal wo ich bin wenn ich sowieso Schutz benutze kaufen wir uns mal ja 30 Schutz 20 Schutz 30 Schutz wie du holst dir nicht das schein hydratini und das kaum mal hat da war was als auch also gibt es einen grund warum man schwarz und weiß 2 hat es ist als das schein ach nööö ich will nicht schwarz und weiß zwei auch zwei mal spielen shinys gehören nicht zum origindecks aber das shiny mag sacks ja das gibt es in beiden aber kaum mal hat und ratini ist jeweils welches man suchst du gerade? Äffchen süße kleine Äffchen das eine ist hot das andere ist nass das andere ist Bio also Borreos nein wie denn ich hab also doch Borreos ja Borreos ich dachte du meinst Demeteros ja ich habe alle Legis die ich haben kann hier im Moment für alles andere muss ich ein anderes Spiel anfangen das ist sogar totales Endgame man muss den nationalen Decks gesehen haben also nicht nationalen Decks man muss den Einaldecks jedes Pokémon im Pokédecks Eintrag haben ist kein Fahrrad warum wollt ihr mal Fahrrad fahren ist es euch hier ist es euch nicht schnell genug soll ich noch Subway Surfer während dessen laufen lassen ist es euch nicht actionreich genug hier hin und her zu laufen muss ich mit dreifacher Geschwindigkeit fahren so dass ich dauernd irgendwo dagegen oh mein Gott das ist viel zu schnell es ist viel zu schnell es ist viel zu schnell Hör ich das Gras überhaupt noch bei dieser krassen Fahrrad Musik ich weiß Mr. Savage aber doch in Schwarz Weiß auch Schwarz Weiß 2 Refildes und Vashakville ist es in Schwarz Weiß 2 ach stimmt es gibt ja noch andere es gibt auch ja ich muss Schwarz Weiß 2 beide spielen schau ich wag Fahrräder nicht ich mag es nicht man hört es rascheln nicht ich war nicht Fahrrad blödes Fahrrad ich werde für Weiß 2 auch mein Team rüber übertragen also ich werde meine Pokémon von Schwarz auf Weiß übertragen und dann da das Spiel nochmal durchspielen mit meinem Team auch wenn sie nicht gehorchen aber trotzdem schneller und wo ist der Schutz warum ist der Schutz nicht der Schutz ist 3 über dem Top Schutz erkläre dich wir können gleich mal die oh Grillmark Weibchen so ja Quatsch Lucy hey du bist ein Kampf Roboter Hase ein Kämpfer Hasen Ding Gribbel Gribbel fangen und züchten niemals niemals Pickel ausdrücken boah ich finde das so wie das ich kriege das auf TikTok nie vorgeschlagen weil ich das so ecklich finde ich schaut ihr euch diese Pickel Ausdrück Videos an diese professionellen Dermatologen die irgendwie ach ne ein Schambolzen Pokémon muss männlich sein das ist sowas von falsch Hikaru haben wir schon wieder hier die Fake News warum sollte wenn ich Männer haben will warum sollte mein Schambolzen männlich sein Schambolzen zieht das gegenteilige Geschlecht an also was brauche ich ein weibliches Skoppel genau Pickel Videos gehen gar nicht kannst du nicht deinen Starter aus weiß zu schwarz übertragen und hochleveln kann ich auch könnte ich auch machen ja aber das wirkt dann zu einfach wenigstens habe ich wenn ich mein Team hier übertrage habe ich wenigstens das Handicap das sie mir nicht gehorchen Megumina warum schreibst du jetzt so ein Quatsch da rein willst du willst du gebannt werden was was also wirst du nicht aber was erklär mir halt einfach die Klappe was ich dachte du mochtest wie ich immer dein R ausspreche im Namen und dann schreibst du so ein Quatsch hier rein ich schaue mir die ASMR Videos an in denen Asiaten essen und verschlingen das hat einen Namen das heißt Mukbang das ist koreanischer Begriff das war auf Schambolzen bezogen das macht keinen Sinn oh gut und bitte hör auf deine Nachrichten zu korrigieren jede Nachricht die du schreibst korrigierst du korrigier sie einfach nicht ich verstehe ich verstehe deine Nachricht du musst nicht jedes Mal zwei Zeilen schreiben da kennt sich einer aus ja das heißt halt Mukbang wieso wechseln manchmal einfach die Jahreszeiten tun sie nicht hier ist gerade immer Winter endlich wann kann man im Twitter seine Nachrichten korrigieren hoffentlich nie wie schrecklich wäre das denn das ist ja die Kacke die du auf YouTube machen kannst ich glaub da geht es es raschelt danke Anubis Leute was ist denn los mit euch ich bin 5 Pixel gegangen sofort es raschelt Leo was tust du da warum fällt dir nicht im gleichen Frame auf dass es raschelt du verschwendest Zeit ich dachte du bist ein professioneller Poketuber hast du schon 60 Mons gekillt was ich glaub insgesamt im kompletten Spiel habe ich über 60 Mons gekillt ja aber ich weiß nicht was du damit meinst warum soll ich denn es wäre schrecklich wenn warum hab ich den Schutz wieder eingesetzt es wäre schrecklich wenn man Nachrichten korrigieren könnte ihr könntet die Streamer zu Tode trollen ihr könnt eine Nachricht schreiben und dann sage ich was was schreibst du da und dann korrigierst du das und schreibst das anders und dann ist es was anderes und dann sagst du hey Leo ich hab das und das geschrieben so nein hast du nicht ja doch schau da steht's sorry für die Fake News schäm dich du gehst irgendwo rein es ist Winter du kommst raus Frühling Sommer auf dem Screen kann das jemand bezeugen nein weil es nicht stimmt Leute es raschelt warum schreibt keiner dass es raschelt ich bin zwei Felder zu weit gelaufen bevor ich es gemerkt habe wollte nicht erzürnen sowas ist halt immer gefährlich weil es aus dem Kontext gelesen wird deswegen würde ich diese Themen einfach komplett umgehen das raschelt 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 es rascheln und dann sagt ihr auch noch dass es raschelt das ist ein dummes Ohr doch bitte erinnert mich nur daran dass es raschelt wenn es wenn es ein wenn es ein Äffchen ist wenn du im Winter startest und drei Monate nicht spielst dann rollen alle Jahreszeiten erstmal durch aha vielleicht lags daran es raschelt oh mein Gott vielleicht ist es das vielleicht hast du seinen Monat nicht mehr gespielt und jetzt rollt es einmal durch bitte sei ein Schniedel jaaa der Account ist neu du meinst dein Spielstand ist neu dann weiß ich es nicht dann spielst du vielleicht auf einem DS der keine Uhrzeit und kein Datum hat und dann ist das Spiel verwirrt oder du hast eine schlechte Rom runtergeladen illegal böse dann habe ich beide dann habe ich Sodamag und dann Sodachita ein kleiner Superzahn ein kleiner Superzahn ein kleiner Superzahn wie der Schwanz vonookbotter immer so weil man krass wedelt. Merkur, es gibt keine offiziellen Regeln. Du machst alles so, wie du es magst. Ich habe das auch nicht erfunden. Origin Decks ist ein Begriff. Keine Ahnung, wer den das erste Mal gesagt hat, aber wenn du Origin Decks auf YouTube eingibst, es gibt viele, viele YouTuber, die das machen. Schon lange, bevor ich das überhaupt wusste, dass das ein Ding ist. Du machst dir deine Regeln, wie du das willst. Du kannst es noch viel weiter auf die Spitze treiben. Du kannst noch viel mehr Ordnung schaffen. Du kannst sagen, jedes Pokémon muss auf Level 100 sein. Und jedes Pokémon muss die allererste Fähigkeit haben. Oder jedes Pokémon muss perfekte IVs haben. Jedes Pokémon muss aus einem Ei kommen, damit es Level 1 ist. Jedes Pokémon muss, 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 muss. Du kannst dir so viele Regeln setzen, um perfekte Ordnung zu sorgen. Jedes Pokémon muss exakt die gleiche OT haben. Das heißt, du musst bei jedem neuen Spiel so lange das Spiel neu starten, bis du exakt die OT vom Spiel davor hast. Was alles machbar ist. Aber was auf jeden Fall machbar ist, dass du einfach jedes Pokémon auf männlich fängst, außer die, die nicht gehen. Wie zum Beispiel Ordoch. Das sorgt halt für einen Schritt mehr Ordnung. Ihr müsst bitte nicht denken, dass, dass irgendein offizielles Ding ist. Nichts ist offiziell. Alles ist von Fans einfach erfunden. So wie auch die Regeln von einer Nasslock. Du kannst auch eine Nasslock spielen und deine eigenen Regeln erfinden. Ordach ist 50% männlich. Tatsächlich. Unser Pico-Chiller macht einfach keinen guten Job. Es muss ein bisschen besser flirten. Ich finde deine Regeln sinnvoll und machbar. Hast mich sehr für meinen damals inspiriert. Damals? Heißt du, du bist schon dreimal durch? Damals? Vor langer Zeit hast du mich inspiriert. Und jetzt? Bist du fertig? Das klingt so, als ob du fertig bist. Was ist dein Lieblings-Pokémon in Gen 5? Und Rathetox. Ey, ist ja voll einfach. Veggie. Vor allem, es wird jedes Mal schwerer, dass nicht das kommt, was man schon hat. Du hast Gen 1 fertig. Nice. Le Qualium. Updates funktionieren noch, Jesse, ja. Updates kannst du immer noch runterladen. Super-Zahn. Probier's halt einfach. Olopoto, was machst du? Was hast du gerade getan, Olopoto? Erläutere deine Nachricht, die du gerade eben geschrieben hast. Zu Gen 2 habe ich dich entdeckt, bin aber mit Gen 5 fertig und will demnächst mit Gen 6 starten. Das waren genau 222 Zuschauer. Okay. Ich übernehme die Ehre, okay? Äh. Okay, warte, ich brauche ein bisschen länger, weil ich bin... bin langsam. Ich bin zu langsam. Ich check grad nix. Warte, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Help uns, ich krieg's hin. Lass mich. Ich bin eigenständig. Verdammt, verdammt. Verdammt, ich bin so slow. Ich bin so slow. Ich bin so slow. Ein Tag. Okay. Leo. Was? Ich hab's geschafft. Ich muss los. Ich hab verschiedene Chats offen. Der eine kann das, der andere kann das nicht. Der eine beschränkt auf 10 Minuten, der andere macht 30 Minuten. Ich muss hier den richtigen Chat finden, der die richtige Zeit bannen kann. Nicht so leicht mit drei Bildschirmen. Ich hab mich stets bemüht. Wie man da nicht den Sarkasmus spüren konnte, I don't know. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Jetzt fühl ich mich halt scheiße. Hallo 222 Zuschauer. Ich hasse es, dass man mir die Zuschauerzahl sagt. Warum auch immer man das Bedürfnis hat, sie einem Streamer zu sagen. Ich kann euch versprechen, die meisten Zuschauer hassen, es zu wissen. Ja, die meisten, die meisten Streamer hassen, zu wissen, wie viele zuschauen. Denn man hat keinen positiven Effekt darauf, sondern nur einen negativen. Ist es zu wenig, ist man traurig. Ist es viel, ist man aufgeregt. Jetzt verhalte ich mich anders. Ähm. 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 Hallo. Hallo Maxi-Teil. Ja, finde ich, finde ich auch. Lesen sollte helfen, ja. Ich habe es gerade gefangen. Ja. Wir haben schon Leute gebannt, dafür, dass sie mir, für immer gebannt. Aber Olo Potu ist ja hier gern gesehen. Oh mein Gott. Aber ich muss ja, ich muss ja Exempel statuieren. Niemals. Sagt niemals, wie viele Zuschauer ich habe. Auch nicht aus Troll oder Spaß. Leo, du hast null Zuschauer. Hahaha. Nein. Ich, äh. das ist wirklich etwas, was das Gehirn, mein Gehirn abfuckt. Das macht mich fertig. Wisst ihr und so, also ihr wisst schon, wie sagt man heutzutage, ähm, oh, es wackelt. Das schaffe ich. Okay. Äh, wisst ihr so, so, ähm, Alter, was habe ich für ein Glück? Ihr wisst schon so, so, wie nennt man das? Dieser moderne Begriff. Ähm, ich muss auf meinen. Ich kann nicht reden. Egal. Lieber null Zuschauer, wie nervige Zuschauer. Hahaha. Ja. Das ist gerade Streamerluck. Ja, ich treffe die ganze Zeit 10%. Superzern. Könntest du das nicht selber auch sehen, wenn du wolltest? Natürlich, aber jede Möglichkeit, wo mir Programme das anzeigen, sind ausgestellt. Ich habe kein Programm, das mir zeigt, wie viele Zuschauer ich habe. Ich habe auch seit, ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch kein einziges Mal geguckt, wie viele Zuschauer ich habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie viele Zuschauer ich habe, wenn ich jemanden raide, weswegen ich oft auch nicht gerne raide, weil dann die Zahl kann ich nicht, ich muss die Zahl sehen, ich kann nicht wegschauen. Also die ist so offensichtlich, die Zahl, dass ich die sehen muss. Weil die Zahl ist neben dem Button, auf den ich draufdrücken muss. Deswegen habe ich, raide ich nicht gerne, weil dann sehe ich, was die Zahl ist. Aber ich sehe nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe auch seit Monaten nicht mal meine Statistik angeschaut. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer ich habe, weil ich keinen Mehrwert davon habe. Diese Information bringt mir nichts, außer Nervosität. Nervosität? Warum machst du nicht Hypnose? Manche Zuschauer, äh, manche Streamer, die man raidet, lesen es dann auch noch vor. Dankeschön, dass du mit dieser und dieser Zahl geradet hast. Ich will es nicht wissen. Ähm. Pokéball. So, das ist Nummer 2. Wenn jetzt zweimal hintereinander Grillmack kommt, verschenke ich 10 Subs, okay? Wenn jetzt zweimal hintereinander, es kann Ohr doch zwischendrin kommen. Ich meine nur, wenn jetzt, wenn die nächsten Max zweimal hintereinander Grillmack ist, 10 Subs verschenke ich dann. Weil es kann nicht sein, dass ich 10% treffe, okay, die zählen nicht mit rein, aber, dass ich quasi ein Drittel hintereinander treffe. Kann gut passieren, aber das wäre, das wäre krass. Dann war, das erste war Grillmack, weiblich, fail, und dann, und sie müssen beide männlich sein. Müssen beide männlich sein. Also es muss quasi jetzt zweimal hintereinander, dazwischen können Ohr doch sein, das gleiche kommen. Also das kommen, was ich brauche. Dann war nämlich, eins war falsch, weil es ein Weibchen war, und dann kamen exakt die richtigen hintereinander, auch noch farblich geordnet. Komm, schaffe ich auch. Haha. Nami! Die Nami ist da. Wie kommt denn die Nami auf einmal her? Anubis hat Nami aus dem Lurk geholt. Nami, hallo, dankeschön. Für was danke ich dir? Dass du da bist. Dass du da bist, natürlich. Nami, bist du auf der TwitchCon Rotterdam? 2LP Du lässt dich von mir berieseln? Oh Gott. Und hörst meine Rants. Ich übersehe deinen Sub. Dankeschön. Best Toxic Guy. Digga! Ich sage nie Digga. Aber das ist nicht mal eine Minute her, weil da steht Now. Aber der Name, ne, es passt. Der Name passt. Instant beschweren, dass ich nicht dir gedankt habe, obwohl es noch nicht mal eine Minute her ist. Best Toxic Guy EU. Dankeschön für deinen ersten Prime. Dankeschön. Aber come on! Give me a little bit of leeway. Okay, ich bin jetzt wieder normal. Ich bin aufgeregt, weil ich 222 Zuschauer habe. Äh, Leute, es wackelt nicht. Was diggerst du uns? Ich habe nicht euch gediggert. Ah, es wackelt. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da! Leider nicht da. mein Festival in den Niederlanden genau an dem Wochenende ist. Ich weiß noch nicht, ob ich gehe. Ich werde dieses Mal kurz davor buchen, aber letztes Mal wäre ich lieber nicht gegangen. Und ich musste gehen, weil ich schon drei Monate, vier Monate, fünf Monate, also sobald es ging, hatte ich gebucht. Geht gar nicht. Ich weiß. Ich frage meinen Chef ja auch nicht permanent, wie gut oder schlecht er meine Arbeit findet. Ja. Du wolltest gerade schreiben, das finde ich so dämlich, dass im Stream beim Geradeten dann auch noch die Zahl steht. Das ist ja je nachdem voll die Bloßstellung. Ich meine, ich meine, ich weiß, was du meinst von den Bloßstellungen im Sinne von raided mit drei Leuten, aber das ist ja nur in unseren Köpfen so. Es sollte, die Zahl ist ja eben egal. Es ist, also die Zahl ist nicht egal, aber wir reden uns ein, oh, drei ist so peinlich. Ich habe nur drei Zuschauer und jetzt raide ich da jemanden und dann liest er das vor, dass es nur drei sind. Aber das ist in deinem Kopf. Die Person freut sich von auf drei, auf fünf, auf zwanzig, auf hundert. Das ist vollkommen egal. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich hätte es auch lieber, wenn die Zahl nicht da steht und, oder zum Beispiel, man kann sie nachschauen, indem man so ein Dropdown in diesem Menü aufklickt und dann steht es da oder sowas. Aber, das ist, das ist, das ist, das ist, das übertreiben wir, glaube ich. Das ist halt so. Das ist für ein kleiner Prozentsatz, glaube ich, nur, das stört. Ich finde deine Art entspannt, dazu der Grind in Pokémon, eine saugute Mischung. Dankeschön. Kannst du sehen, wie viele Leute dich raiden und wenn ja, stört es dich auch, diese Zahl zu wissen? Wenn ich geradet werde, natürlich sehe ich das. Ich meine, ihr seht das ja alle, da steht ja im Chat, wie viele das sind. Kommt hier eine Chat-Nachricht? Und der Alert sagt es ja auch. Nö, das stört mich nicht, schnell. Es wäre aber interessant, wenn es die Zahl, wenn man die Zahl nicht sehen würde. Was stellt euch vor, da steht einfach nur Nami raided dich und du weißt nicht, ob es 3 oder 3000 sind. Alter, willst du mich verarschen? Das ist doch gescriptet. Das ist gescriptet. Es kommt ein männliches Grill, Mack. Es kam Soda, Veggie, Veggie, Grill. Und wenn jetzt noch Grill kommt, dann war das die perfekte Reihenfolge, die man sich wünschen kann. Hä? Das ist doch, das ist doch vom Spiel so gemacht. Das kann nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht ultra gering, aber ich meine, es ist 70% Wahrscheinlichkeit, dass es männlich ist und 30, 33% Wahrscheinlichkeit, dass es das Richtige, die richtige Farbe hat. Raidzahlen würde ich auch gerne nicht sehen wollen. Ich finde es einfach nicht, ich finde es einfach schon schön, wenn jemand zu einem raidet. Ja. Ich finde es interessant, wie ich mich verhalten würde, weil natürlich, wenn jemand mit 3 rüber raidet, auch wenn es, ne, offen, auch wenn es, ne, die, die Geste ist das Nette und die Zahl sollte einem egal sein. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn mich jemand mit 3 Zuschauern raidet, bin ich nicht aufgeregt und sage, danke schön für den Raid, was habt ihr gemacht und sowas. Und wenn es dann aber jemand ist mit 300, unterbewusst, bewusst, vollkommen egal, natürlich behandelt man die Person ausführlicher, die mit 300 Leuten rüberkommt. Da sagt man eher so, hey, ja, wow, vielen Dank und hey und dann man stoppt quasi den Stream für die Person, weil es 300 sind. Deswegen wäre es, das macht man automatisch. Also, keiner kann mir sagen, es ist mir egal und unterbewusst oder automatisch macht man es. Deswegen wäre es interessant, wie man sich verhalten würde, wenn man es nämlich nicht sieht. Dann würde man automatisch jeden Raid behandeln wie ein 10.000 Zuschauer Raid, weil es könnte ja sein. Beziehungsweise an der Chataktivität würdest du es merken. Da gibt es dann natürlich bei den extremen, extremen Unterschiede. Ich will zu den Attacken. Was tue ich? Hier, da, Hypnose. Aber ich sehe auch keine Welt, wo das jemals Twitch macht, weil es macht ja Sinn anzuzeigen. Es ist ja Teil von Twitch, dass Zuschauer darüber gehen und dann hey, yo, dankeschön. Aber optionell wäre immer cool, wenn man es irgendwo ein- und ausstellen könnte. Da steht den Aspekt, das ist halt nochmal ein anderer Effekt, auch wenn man es eigentlich nicht will. Genau. Das ist wie, das ist wie, wie ich immer sage, oder jeder halt natürlich auch denkt und sagt, ich behandle eine Person nicht besser, nur weil sie mir 10 Euro gibt. Jemand, der hier jeden Monat 10 Euro oder Tier 3 lässt, behandle ich nicht besser. Jeder Zuschauer ist gleich, ob du nur zuguckst oder ob du mir monatlich 30 Euro gibst. Ihr seid alle gleich und ich behandle euch nicht unterschiedlich. Doch tut man. Man tut es tatsächlich schon und ich habe das tatsächlich einmal selber richtig schön gemerkt, als einer von meinen Stammzuschauern hat den Namen geändert gehabt und ich wusste es nicht. Und dann habe ich ganz normal Pokémon gespielt und der Stammzuschauer kam rein mit dem neuen Namen, wusste nicht, dass er der Stammzuschauer ist. Ich habe es nicht gesehen, es war einfach nur der Name, äh, neuer Name, kein Sub, einfach neuer Name, alles neuer Account. Ähm, und fragt mich eine Frage, die ich hasse. Hey, welches Spiel spielst du da? Und, oder, ne, welches Pokémon suchst du gerade? Und überall steht's, überall sieht man's, überall laufen die Pokémon rum durch gerade Suche und so offensichtliche Fragen machen mich immer fertig. Äh, und ich habe den dann zusammengestaucht, so ein bisschen, ne? Hab er gesagt, was, warum fragst du so eine dumme Frage, sieht man doch und so weiter? Und dann hat der Contra gegeben, hat gesagt, yo, woher soll ich das wissen? Chill, ich bin gerade reingekommen, ich will nur Konversationen führen. Und dann, später, nach dem Stream, hab ich gemerkt, oh mein Gott, das war, den ich, das war ein Zuschauer, der Mod auf meinem Discord ist und, und, äh, den ich seit vier Jahren kenne und was nicht alles. Und hab mich dann entschuldigt natürlich und hab dann zu ihm auch gesagt, da sieht man mal, dass man, ich hätte ihn anders behandelt. Wenn ich gewusst hätte, dass er der ist, hätte ich ihn nicht zusammengestaucht natürlich. Sondern ich hätte gesagt, yo, hey, ja, klar, ich such grad das und das, schön, dass du da bist, bla, bla, bla. Das heißt, daran sieht man schon, auch wenn man sich selbst das einredet, man behandelt Leute anders, je nachdem, ob man sie kennt, ob sie einem Geld geben und so weiter. Man versucht es nicht, aber es ist schwierig gegen dieses, gegen das Unterbewusstsein einfach. Und er war nie wieder gesehen. Nicht so extrem. Du bist auch einfach nur ein neuer Account. Bist du es? Wenn jetzt ein männliches Grillmarkt kommt, bekommt ihr 10 Subs. Liebend gerne. Aber es wäre schon krass, oder? Wenn jetzt nochmal ein männliches Grillmarkt kommt. Das wäre abstrus. Das muss gescriptet werden. sein von dem Spiel dann. Was kann ich gescriptet sein? Weil warum sollte das Spiel wissen, dass ich zwei von jedem will? Don jinxe? Doch, ich jinxe so hart. Ich rosane es so hart. Ja, ich glaube, wenn man die Zahl da nicht zahlt, kann man natürlich auch Trollen anfangen und so einfach man kann ja immer raiden. Man kann sogar offline raiden und was nicht alles. Und dann könnten Leute das vielleicht nicht unterscheiden und so. Ja. Ach so, was passiert? Jeder nimmt mal was falsch auf. Hatte mich gestern auch etwas voll angegangen gefühlt, als du meinen Trivia-Punkt, den ich geschrieben habe mit der Pokémon-Musik mit Schön für dich abgetan hast. Ich kann mich nicht dran erinnern. Schön für dich. Keine Ahnung, ich weiß, ich bin immer so, ich bin oft knallhart, so kühl oder sowas. Aber manchmal, wenn Leute einfach Sachen schreiben, die mich nicht interessieren, dann sage ich halt, okay, schön. Keine Ahnung. Ich stelle mir immer vor, wie es halt in der Öffentlichkeit, wie... Nein. Nein. Ah. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es ist nicht möglich. Wie zum Teufel passiert sowas? Wie? Wie? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Pokémon exakt hintereinander, wie ich sie brauche. Männliches Sodamag. Männliches Veggie-Mag. Männliches Veggie-Mag. Männliches Grill-Mag. Männliches Grill-Mag. Ich musste kein Pokémon doppelt aus dem Weg gehen, fangen, was auch immer. Hä? Das muss geskriptet sein. Wenigstens habe ich einen Moment fürs YouTube-Video. Ich meine, was? Wie? Das Spiel zielt mit. Nein, es macht keinen Sinn. Warum sollte das Spiel das mitzählen? Hä? Das erste war weiblich. Ja, ja. Das erste war ein Fail. Aber dann ging es durch. Es war nicht perfekt, perfekt. Aber ab dem Zeitpunkt... Hä? Das ist wirklich krass. Das ist wirklich... Also rechnen wir mal die... Kann jemand die Wahrscheinlichkeit ausrechnen? 70% dass es männlich ist. Und 33% dass es überhaupt... dass es die Farbe hat. Zweimal hintereinander... Also fünfmal hintereinander 70 und 30%. Also eins zu Dings mal eins zu Dings mal fünf, glaube ich. Wäre die Zahl. Die wir gerade geschafft haben. 4,47% dass es passiert. So viel? Ist es nicht weniger? Komm schon. Bisschen weniger. Ich hätte schon gedacht unter 1%. Ist es so viel? Ist es trotzdem 4,47%? Hast du... Bist du sicher, dass du richtig gerechnet hast? Ich verschenke 10 Subs. Ja, 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 ja. Zählt es dann für, dass ich zwei Pokémon heute verschenken muss? Weil wir dann auf 44 sind? Alle Affen hintereinander perfekt gefangen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht gerechnet, sondern geraten habe. Mann, du hast gar nicht gerechnet. 4,47%. Die Affen haben ja zusammen auch nur 10% Spawnchance. Ja, aber die habe ich nicht mit reingerechnet. Ich habe ja gesagt, wenn Ordoch kommt, es geht darum, wenn sie kommen. Aber die Affen kamen auch verdammt häufig dafür, dass sie nur 10% sind. Krass. Ich war gerade dabei, was zu sagen. Kurz bevor ich das wieder vergesse. Ich habe nur gemeint, ich sehe Stream oft als, ich sitze hier und jemand setzt sich tatsächlich, wie in der Öffentlichkeit, setzt sich jemand neben mich und redet mich an. Das ist was anderes, das macht ihr ja nicht. Ich bin einfach hier, ihr kommt rein und ihr redet mit mir. So wie wenn ich da sitzen würde. Es ist natürlich anders, aber... Und manchmal denke ich mir, manchmal sagen, erzählen Leute etwas, wo ich mir denke, wie kommst du jetzt darauf? Also warum erzählst du mir das? Und ich bin dann halt so ehrlich und sage, okay. Schön. Aber ich bin froh, dass du es nicht sehr negativ aufgefasst hast. Weil am Ende, ich bin einfach nur ein Typ, der hier sitzt und über Pokémon redet. Ihr müsst nichts persönlich nehmen. Nichts, was ich sage, solltet ihr irgendwie persönlich nehmen können überhaupt. Weil es ist einfach so, weil ich einfach nur so ein Typ bin, der hier sitzt. Ich habe doch auch keine Ahnung. So, wo ist das andere Veggie? Äh, mein Soda. Hier, mein Soda Cheetah. Oh, ich könnte die alle entwickeln. Ich habe genug Steine bestimmt. Ich schenke gleich die 10 Subs. Gleich, gleich, gleich. Als erstes Ordnung hier reinbringen. Das gibt es doch nicht, dass die hintereinander kommen, ey. Es muss unwahrscheinlich sein. Es muss unwahrscheinlich sein. Ich kann es auch gleich selber ausrechnen. Ich glaube, es ist wirklich einfach multiplizieren. Wenn man die 1 zu Chance hat. Was ist denn 70%? Das ist 1 zu... ...grob 3. Männlich, 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 männlich. Krank. Krank. Wie einfach das war. Pass auf. Persönlich nehmen wäre sinnvoll, wenn man sich persönlich auch kennt. Das ist immer schwierig bei Streamern. Genau, ich habe das auch schon oft gesagt, dass man kennt es doch wie jemanden, den man respektiert, ein richtiger Freund, der sagt zu einem, ey du Idiot und es tut weh, obwohl er nur das Wort Idiot gesagt hat. Deswegen sage ich immer, ich habe schon so viel gesagt anscheinend, deswegen sage ich immer, Worte tun nicht weh, Kontext tut weh. Ein Kumpel kann zu dir sagen, du Idiot, du bist so dumm und es tut richtig weh, obwohl er nur Idiot gesagt hat, aber es tut trotzdem richtig weh, du willst nicht, dass dein bester Kumpel denkt, dass du ein Idiot bist und es war gerade so ernst gesagt und so. Kontext tut weh. Aber wenn irgendeiner im Internet Hurensohn zu mir sagt, warum sollte das auch nur ansatzweise an mich rankommen? Warum? Das ist irgendjemand, was der denkt, was der sagt, kann mir gar nicht wehtun eigentlich. Es ist erst dann, wenn sie einen wunden Punkt treffen und vor allem, wenn es Leute sind, die du respektierst, dann können die einem richtig wehtun. Deswegen, nur weil ich deine Musikgeschichte nicht interessant fand, es tut mir leid, dass es vielleicht echt ein bisschen zu forsch war von mir, einfach zu sagen, schön, schön für dich. Ich versuche das immer mit einem leichten Schmunzeln zu sagen. Ich nehme das nicht so ernst, aber es ist halt schön für dich. So, weil dieses ganze Musikthema hier, wir haben das dann so breit getreten und es hat mich auch genervt und dann kommt wieder ein Absatz von dir und sowas und dann bin ich halt irgendwann, okay, Schluss, Ende, schön für dich. Thema beendet. Gen5 Musik, ihr mögt sie, ich möge Maxi nicht. Fertig. So, es ist halt eine Möglichkeit, um das Gespräch zu beenden. Es ist Blattstein, ne? Krass, ich habe genau die Steine dafür. Alle weg jetzt. Ich mag den Spruch von Tom Holland. If you have a problem with me, text me. If you don't have my number, then you probably don't know me well enough to have a problem with me. Der ist gut, ja. Der ist gut. Ist Spikulente eigentlich Jahreszeiten abhängig? Kein Pokémon ist Jahreszeiten abhängig. Nur die Formen von Sesokits. Alle Pokémon kann man immer irgendwie bekommen. Sei es durch ein Geschenk, durch ein Ei oder dass sie woanders seltener sind auf der Route. Also es gibt Unterschiede, aber jedes Pokémon ist bekommbar in jeder Jahreszeit. Zu jeder Jahreszeit. Wenn du dir selbst Sub schenkst, schenkst du dir quasi selbst Geld. Nicht wirklich, weil die Hälfte kriegt Twitch. Wenn ich mir selbst Sub schenke, was ich schon sehr oft gemacht habe. Ich bin der Sub-Verschenker-Führer. Führer? Klingt komisch. Anführer. Anführer. Anführer in diesem Stream. Keiner hat so viele Subs verschenkt wie ich. Ist auch logisch. Das sollte in jedem Stream so sein. Das einzige, was ich mache, ist Twitch je pro Sub 2 Euro zu geben. Weil die Hälfte kriege ich wieder. Geldwäsche. Benutzen Leute als Geldwäsche. Tatsächlich. Also du kannst wirklich Geldwäsche damit betreiben. Twitch versucht alles, um es schwerer zu machen. Das haben sie immer wieder auch gemacht und so. Aber es gibt Leute, die Geldwäsche betreiben mit Subs schenken. Was Quatsch ist. Also es ist kein Quatsch. Es funktioniert anscheinend. Ich weiß nicht genau wie. Aber es ist in dem Sinne Quatsch, weil Twitch kriegt 50%. Das ist quasi die Umrechnung dafür, dass das Geld gewaschen wird. Okay, speichern. 10 Subs verschenken. Das habe ich lang nicht mehr gemacht. Wann bin ich? Also, ich habe lang keine Subs mehr verschenkt. Wie geht es nochmal? Jetzt muss ich sehen, wie viele Zuschauer ich habe. Wo bin ich überhaupt? Keine Ahnung. Ich gucke nicht hin. Fuck, ich habe es gesehen. Wahrscheinlich gucken. Schau, schau. Wir waren vorhin bei 2, 2, 2. Jetzt bin ich bei 190. 30 Zuschauer verloren. Wo seid ihr hin? Warum seid ihr nicht mehr da? Weil ich die gefangen habe? Weil ich böse war? Weil ich uninteressant war? Schau, all diese Fragen kommen einem auf, wenn man sieht, dass man auf einmal weniger Zuschauer hat. Und es sind Fragen, die bringen nichts. Es sind Gedanken, die ich als Streamer nicht haben brauche, während ich streame. Warum ich 30 Zuschauer weniger habe, als vor anscheinend einer halben Stunde. Deswegen, man hat nur Nachteile dadurch. Ey, danke Leo. Du bist so spendabel. Wie zum Teufel ging das? Ich muss das jetzt ausrechnen. Ich wollte gerade sagen, du zahlst eine Fee fürs Waschen. Absolutes Verlustgeschäft. Naja, man zahlt ja immer eine Fee. Breaking Bad hat auch, Walter White hat auch eine Fee bezahlt. Danke, Leo, für 10 Subs. Leos, glaube ich. Leos. Danke. Das denke ich von dir und deinem Geld. Hier. Weg mit dir. Leute, die gerade reinkommen und denken, dass ich tatsächlich jemanden hasse, der 10 Subs schenkt. Ich will es ausrechnen. Was ist 70% in 1 zu? Wie rechnet man es aus? 70 zu 100, ne? 70 geteilt durch 100 ist das 1 zu 0,7. Ne. Andersrum? 70 durch 100. 100 durch 70. Es wird ja alles. 1,4? Ne. 70 durch 100. 0,7. Also 1 zu 0,7? Nein, eben nicht. 1 zu... 3 Satz. Ja. 25 ist 1 zu 4. 20 ist 1 zu 5. 70 ist... 66 wäre 2 zu 3. Warte mal. Um die Gesamtwahrscheinlichkeit zu berechnen, diese Reihenfolge zu erhalten, multiplizieren sie einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Pokémon erscheint. Was? Schreibst du das gerade oder ist das ein Vigi-Eintrag? 33% mit der bedingten Wahrscheinlichkeit zu sein, wenn es blau ist, 70%. 33% mal 70% ist nur 0,33. Mal 0,7 ist 0,231. 23,1%. Also beträgt die Wahrscheinlichkeit zu sein, 23,1%. Das kann nicht sein. Das ist viel. Das kann nicht sein, Kaiser. Chat GPT? Never. Niemals ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pokémon in der richtigen Reihenfolge nacheinander kommen, 23%. Niemals. Da waren die 4%. Logischer. 70 ist halt 7 zu 10. Nicht so schön auszudrücken wie 3 zu 1. 7 zu 10. Genau, 7 zu 10. Aber das können wir machen. Wie rechnet man 7 zu 10? 7 durch 10. 0,7. Achso, okay. 0,7 stimmt. Weil das ist quasi 7 zu 10. Okay, jetzt check ich's. 7 zu 10. Mal die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt kommt, ist 33. Also 0,33. Weil 33 zu 100. Mal 0,33. Wäre 0,231. Was du ja auch gesagt hast da oben. Chat GPT hat es gesagt. Aber es geht ja nicht nur darum, man muss es um einiges komplizierter rechnen, weil es geht ja darum, dass es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass, stimmt, es ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das Pokémon kommt, in der Farbe ist 23%. Korrekt. Das mit 70% könnte ich auch, ach die Affen sind zu 87,5% männlich. Warte mal. Das mit 70% muss auch nicht stimmen. Stimmt, die sind zu 87,5% männlich. Und was macht Schambolzen? Krass. Ich hab die Wahrscheinlichkeit, also laut Poké-Wiki, soweit ich das verstehe, hab ich die Wahrscheinlichkeit verschlechtert. War, weil ja, die Affen sind 87,5% männlich. Ich dachte, die sind 50-50. Das heißt, ich hab gedacht, ich verbessere die Wahrscheinlichkeit auf 66,7%. Das meinte ich mit 70%. Aber tatsächlich steht hier, ähm, es ist hier egal, wie die natürliche Geschlechtsverteidigung des wilden Pokémon ist. Das heißt, ich hab sie verschlechtert. Ich hab die Wahrscheinlichkeit, dass es Männchen sind, verschlechtert. Hätte ich Schambolzen wert gesagt, ich soll Schambolzen mitnehmen. Warst du das nicht, Icaro? Und jetzt sagst du selber 66,7%? Also, es ist sehr gut gelaufen. Es ist sehr gut gelaufen. Aber ich hab die Wahrscheinlichkeit mir verschlechtert. Okay, also es sind 66,7%. Wir rechnen trotzdem mit 70, um es nicht schwerer zu machen. Ähm. Ich weiß aber nicht, wie man es ausrechnet. Weil wir müssen ja nicht nur überprüfen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 1 kommt. Sondern es ist ja das Krasse, dass die Reihenfolge richtig war. Also es kam jedes Mal, hab ich die 23% getroffen. Also wie wahrscheinlich ist es, 23% fünfmal hintereinander zu treffen? Das müssen wir ausrechnen. Und dann kommt noch hinzu, ich glaub das muss man auch noch dazu ausrechnen, jedes Mal wird der Prozentsatz geringer, weil ich ja schon das habe, was ich brauche. Hoch 3? Warum hoch 3? Einfach den Wert so oft mal nehmen. Aber wird nicht jedes Mal die Wahrscheinlichkeit geringer? Das ist damit eingerechnet, oder? Weil, wenn ich das eine habe, ich brauche ja nicht fünfmal das gleiche, es sind ja fünf verschiedene, die ich hintereinander brauche. Aber ja, zumindest müssen wir es auf jeden Fall mal 5 rechnen. Beziehungsweise 5 mal hoch 5 ändern. Aber mal 0, 2, 3, 1. Das kann aber nicht sein. Jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen sehr selten. Wir sind schon bei 0,0028. Das ist schon mit eingerechnet, ja. Hallo Ali. Also wenn es die Rechnung 36% mal 33% hoch 5. Es kann nicht sein, dass es so selten ist. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Weil das wäre zu krass. Es kann, es kann einfach nicht sein. 0,015. Ich habe noch eins vergessen. 0,231. Jetzt bin ich bei 0,00065. Wie rechnet man hoch? Ach hier. 0,02... Ne. Fuck. 0,231 hoch? A Square. Ach. Wie kann ich das hoch... Ach, ihr seht es gar nicht. Wie kann ich hoch machen? Das wäre ein geiles YouTube-Video. Genau, einfach nur 20 Minuten, wie ich versuche, Microsoft Rechner zu verstehen. Hey Google. Was ist 0,231 hoch 5? 0,231 hoch 5. Ich hatte recht. Das war richtig. Und was ist das in... Okay Google. Und was ist das in Prozent? Ich habe unter anderem... Ach du dummer Bastard. Warum? Sie haben doch damit geworben, vor 10 Jahren, dass das hier kognitives Denken hat. Dass es sich darauf beziehen kann, was ich davor gesagt habe. Okay, was ist 0,00065? Okay Google. Was ist 0,00065 in Prozent? Okay, ich weiß, das macht man nicht so. Ich weiß, mal 100. Ich wollte auch nur Google. Das kann nicht sein, dass es so gering ist. 0,065? Kann doch nicht sein. Du sagst 0,7 mal 0,33 mal 0,2. Warum mal 0,2? Dann wären es 4,62 Prozent. Irgendein Stochastiker hier. Weil 5 Begegnungen in Folge... Ach du meinst 100% ist 1 und dann 0,2, weil 5... 5 mal 0,2 ist 100. 0,065 wäre 6,5 Prozent. Achso, weil ich habe mal 100 gemacht. Und dann sind wir bei Promille. Ja, die Frage ist ja, was ist 0,00065 in Prozenten? Was muss ich machen, um rauszufinden, wenn ich habe... Also quasi das hier ist gerade mal 100. Ja doch, mal 100. Sind es 6,5 Prozent? Oder 0,065 Prozent? 6,5 Prozent? 1 ist gleich 100. Stimmt, das ist jetzt quasi 0,065 zu 1. Davor war es zu 100. Jetzt ist es zu 1. Ich vertraue euch. 6,5 Prozent klingt logisch, oder? Weil es ist nicht so krass gewesen. 6,5 Prozent klingt logisch. Das werden wir, wenn das Video irgendwann gemacht wird, nochmal genauer ausrechnen. Aber ich speichere mir das mal so ab. 6,5 Prozent? Und fängst mit Pokémon Weiß an. Wenn du es schaffst, ein Jahr nicht mehr nachzufragen. Inzwischen kam auch ein Ohr doch. Ja, ja, aber die habe ich eben nicht mitgezählt. Es ging nur darum, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn ein Affe kommt, genau die Affen erscheinen, die ich brauche. Weil es kam kein weiteres Blaues, es kam kein weiteres Grünes. Es kam wirklich Blau, Grün, Grün, Rot, Rot. Genau wie ich es gebraucht habe. Sie kamen sogar in der Reihenfolge in Pärchen zusammen. Aber wie man das ausrechnet, keine Ahnung. Dann müsste man die drei unterschiedlich bewerten und dann auch noch denen Werte geben. Keine Ahnung. Aber die kamen ja auch noch in Pärchen zusammen. So krass. Blau, Grün, Grün, Rot, Rot. Und wir haben es uns sogar schwerer gemacht mit dem Schambolzen. Ich hätte das überprüfen sollen. Ich habe dir einfach geglaubt, wer das gesagt hat. Nimm Schambolzen! Okay. Äh, wir hören für heute auf. Es ist spät genug. Ich muss was essen. Eventuell komme ich später wieder mit Manafi. Auch wenn es mir graust. Mal schauen. Freust du dich auf den nächsten Teil oder bist du eher skeptisch? Was ist der nächste Teil? Weiß? XY? ZA? Du meinst wahrscheinlich ZA. Ich freue mich auf ZA. Du wirst also in einem Jahr frühestens mit Weiß anfangen? Das hängt ganz von Phil mit Y ab. Oh nein, jetzt hat Henriette das geschrieben. Jetzt würde ich mich schlecht fühlen, wenn ich nicht komme. Ich habe Mathefreak in meinem Freundeskreis. Hab halb geschlafen. Welche Werte? 10%? Spawn Chance? 70%? Männlich 5 Mal und immer paarweise? Okay, ich kann es noch einmal sagen. Dann kannst du einen Clip machen und demjenigen schicken. Ich habe 5 Mal hintereinander die Pokémon gefangen, die ich genau wollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftauchen, ist 33%. Und dass sie das richtige Geschlecht haben, ist 70%. Und das ist, also die 70% und 33% ist 5 Mal hintereinander auf, 5 Mal hintereinander passiert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, also 33% und 70%, 5 Mal hintereinander passiert, genauso wie ich es gebraucht habe? Und wir glauben, es ist 6,5%. Weil 70% und 33% sind jetzt nicht so, sind jetzt nicht so krasse Zahlen. Es ist nicht so, wie wenn man ein, ein, ein Dreier vermiebs mit Rare, mit, mit, äh, hier, wer ist er, mit Rare Mark findet. Senpai, wer ist er? Wer ist er, seltene? Eremit. Wieso 33? Die Affen haben jeweils eine 10% Chance. Ich rede nicht davon, wie das Pokémon encountert, sondern davon, dass sie die richtige Farbe hatten. Und die richtige Farbe haben sie zu 33%, weil es drei Farben gibt. Die 10% sind egal. Ich habe nur gesagt, wenn ein Affe kommt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die richtigen Farben kommen? Und es kamen, wenn ein Affe kam, kam genau das, was ich noch nicht hatte. Fünfmal hintereinander. Sodass ich keinen einzigen Affen doppelt fangen musste, keinen doppelt gesehen habe, oder sie kamen einfach in Reihenfolge richtig. Okay. Dankeschön, Anubis. Viele Anubis hier. Warum heißen so viele Leute Anubis? Es ist aber auch der Gott des... Ägyptens. Der Gott der Ägyptenserei. Äh, der Gott der... Eigentlich, ich glaube, Anubis ist böse. In der Mythologie. Der die Leute ins Totenreich begleitet. Das ist der Böse. Böse, böse, böse. Es ist quasi Hades. Boah, er begleitet sie nur. Wir raiden heute mal Reversal, weil Bock. Ich hab Hunger. Kann jetzt nicht ewig suchen nach jenem, jemandem. Ägyptens ist schon ganz heiß auf Reversal wahrscheinlich. Guckt schon die ganze Zeit bei Reversal zu. Reversal macht auch eine krasse Sache. Der hat nämlich den Shiny Living Decks von vorne angefangen. Er hat sacken viele Shinies, aber hat gesagt, er fängt von vorne an mit dem Shiny Living Decks und sagt, yo, ich fang von vorne an und ich muss in der richtigen Reihenfolge fangen. Das heißt, Bisa Samen, Bisa Knoss, Bisa Floor, alle Shinies, die inzwischen drin kommen, zählen nicht. Das heißt, er macht einen Shiny Living Decks in der richtigen Reihenfolge. Und deswegen sucht er gerade Bisa Floor in BDSP in den Höhlen unten. Sagt Hallo. Der streamt aber auf Englisch. Also sagt nicht Hallo, sondern Hello. Und vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns vielleicht später wieder zu Manafie. In der Nacht, wenn ich gegessen habe. Oder morgen, wenn ich keinen Bock habe später. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.